Wo sind sie lang? Also dann hinauf! Catboy, warte! Der wutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel. Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören. Habe ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Ja, danke! Die sind wirklich klebrig. Catboy, Vorsicht! Danke. Dankeschön. Ich klebe fest. Hält euch, ich komme. PJ Robo, du kommst mit mir. Wir sind direkt hinter euch. Sesam, öffne dich! Gut, dann mach du dich nützlich. Wow, das ist unglaublich. Der Ring muss hinter den Toren sein. Er darf nicht als erster dort ankommen. Komm schon! Aus dem Weg! Da ist der Ninja-Rambra nötig. Ah! Jetzt ist Schluss, Nachtninja. Ich habe die Schriftrolle anständig gestohlen. Wenn der Ring der ultimativen Ninja-Lichkeit da drin ist, gehört er mir. Ninjas übereinander! Cool! Oh ja, sehr cool, wenn man ein Meister-Ninja ist. Und kein blöder Superheld. Wenn jemand den Ring der Ninja-Lichkeit bekommt, dann wir. Er gehört in die Hände eines Helden. Oh, oh. Der Ring gehört mir. Super-Katz-Sprung! Was? Der Ring, er muss da drin sein. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Trockenzungen-Klotscher! Ja! Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein! Ich komme! Aber ich bin so nah dran! Ich habe dich! Oh, klasse! Was jetzt? Halt dich einfach fest! Catboy? Man, bin ich froh, euch zu sehen, Leute! Wie wäre es mit Hilfe? Super-Gecko-Muskel! Man, bin ich froh, euch zu sehen! Man, bin ich froh, euch zu sehen! Stur! Handschuhe! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal Vorsicht, verschwinden wir von hier Los, 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 los Das wirst du nicht tun Du kommst mit uns Katzenstreifen Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister Kommt schon, Ninterlinos Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende Wer weiß, was da oben noch alles ist Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Stelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat PJ Masks ruft blau und hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy Eilets Gekko Los geht's! Sie seht los in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Maske Wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen Zu bekämpfen Geht auf Wissen Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks! Osterwölfis Osterwölfis Oh Mann! Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben Und nicht zur großen Ostereiersuche Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich Okay Kinder, ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Haha, keine gute Idee, Greg Schokolade ist was Besonderes Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei Ja Du schummelst Nein, tue ich nicht Ich suche, ich suche nur den schnellsten Weg von dem Versteck in meinem Bauch Pothenspuren? Welfi ist auch da jagt Sie sind hinter meinem Eiherr Ich meine hinter allen Eiern PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu Amaya will zu Oilette Ja Greg will zu Geto Ja Kurt will zu Catboy Ich wusste es Belfi Alarm Rip Heuler Und Kevin Leute Wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit Wir müssen Schuko-Eier klauen Ihr lasst uns loschniffeln Pfoten weg von unseren Eiern Zum Gekko-Mobil Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Hurra Ein Schokoladen-Ei Hurra Hurra Es schläft, verschläft Zögerst du es zweck im Nu Leute Können wir nicht einfach teilen? Durch drei Oh Oh Wir sind erst mal beschäftigt Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor den Wölkis Ja, Turbo-Eiersuche auf die Plätze Fertig Oh Oh Yahoo Huh Aha Huh Huh Oh 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 Ich bekomme es in die Probe. Ich bekomme es in die Probe. Archie! Huia! Gewonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... Rohe Zwiebel. Felserfager. Catboy wirft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst hässliche. Leckerei. Nur einen kleinen Bissen. Echo! Nicht! Schokoladnager. Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell! Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule. Und bewache sie. Bewachen. Nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. EIN-Türnager. Ich verspreche. Die Wettervorhersage? Schokoladenwind! Also so ein Wetter gefällt mir. Riesen-Ein-Türnager! Juhu! Mir geht's gut. Juhu! Au! Juhu! Keine Sorge, Aya. Bleibt in Sicherheit. Ihr seid in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne leckere, schokoladige, samtige von euch. Boah! Halt dich zurück, Gekko. Du hast es versprochen. Bewachen! Nicht verschlingen! Warte bis morgen früh. Ah! Uah! Oh! Mega-eulig! Lecker! Meins, 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 meins! Ha! Schaut ihr Fellgesicht ab! Zwei, vier, sechs, acht. Hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Huah! Ah! 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 Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Felljörner seid drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Das ist falsch! Oh! 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 Gekko! Du hast es versprochen! Was? Oh nein, Leute! Das tut mir so leid! Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Check-Pot! Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party! Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist. PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... Lassen euch nicht ins Haus herein! Dann macht euch jetzt bereit für den Welfi-Rudelangriff! Jep, 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 jep jep! Jep, jep! Jep, jep, jep! Jep! Jep, jep! Wuuu! Ah! Ah! Woah! Ah! 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 Ach! T Mir geht's gut! Es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir prusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Habt ihr neulich so ein Buch gegessen? Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Jipp, jipp, jipp! Leute! Jipp, jipp! Jipp, jipp! Jipp, jipp! Faintastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Katze und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschallheuler ist zu stark! Ich hab allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Im Ernst, Gekko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtsschallschleichen. Juhu! 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 Linge, ling! Abendessen. Juhu! 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 Eins. Mir geht's gut. Das nenn ich mal ein Mitternachtssnack. Gecko, du hast's geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist, jetzt mit der Gefahr. Kackwoll. Allnett. Gecko, noch geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht so fest. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Bitte kommen, Pyjama Helden. Du musst uns helfen. Ich hatte die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. PJ Masks, Pyjama Helden. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei. Kitzeln! 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 Frei als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Kipton Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Wow! Oh! Kipton Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenrohr! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, jauhuuu! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Ich, ähm... Es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon! Bild nach, Kevin! Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die Wunschwunfeln hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Welfies. Habt ihr was verloren? Nee. Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es. Oh, Süßigkeiten. Süßigkeiten. Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei. Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Kappen-Tempo. Wow. Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja. Klasse. Aha. Ich hab euch auf frischer Tarte erzappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Korns, lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch. Sorgt einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du musst dich nicht verretten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatterne Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verrätten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ähm, du kannst erschöpfen. Das sind nur Kostüme. Du bist Käpt'n K-K-K-Kammeron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen. Fink mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Käpt'n Cameron. Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Orthogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht. Will ihr mich jetzt entschuldigt? Ich muss schnell von hier verdurften. Husch, husch, husch. Tchik-tchik-tchik-tchuk-tu-tu-tu. Tchik-tchik-tchik-tchuk-tchuk-tu-tu-tu. Hahaha, er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeiten. Ich bin glücklich worden. Ich entfache den interplanetarischen Sturm. Wow! Jetzt! Ein Flügelwind! Aua. Boah, hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier. Los, los, los. Bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher. Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt. Mitsamt den Süßigkeiten? Oh nein! Wo gehen wir jetzt lang? Oh, hin auf! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Unsere Wolfskräfte werden unter das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt kein Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Juhu! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten. Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Klagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist das und? Und mal einen super genialen Hotdog rein. Oh, Süßigkeiten. Oh, Süßigkeiten. Das reicht nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen ist Ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wenn den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen. Das klingt nach einem super Plan. Voila! Jehn für mich und zwei für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht. So was wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beute geklaut und verschweckt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Alldachsen-Bubi. Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super Katzenstreifen! Was? Super Katzen-Kleppchen! Guck! Jetzt bekomme ich mehr! Super Gekko-Schild! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Super Einfeder! Ja! 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 Ihr PJs könnt einem echt den Spaß verderben. Total! Macht Spaß! Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween! Ja! 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 Ich bin Käpt'n Cameron! Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Mia, bevor ich messer die Befehle des Käpt'ns. Ich sagte, kommt raus! Wow! Was war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen. Ich hab sie verjagt. Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Käpt'n Cameron! Ich hab's mir gemacht, Käpt'n! Gut, dass ein Held zur Stelle war. Oder vielmehr drei. Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee, aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team! Jetzt ist er heute nach Halloween! Käpt'n! Oilett! Gekko! Mockets! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wir sind die Bluts. PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! Mal brechen! Zu bekämpfen! Ihr dummes Bellen! Schlippen alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden! 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 Öilett und der verschwundene Zug! Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Amaya? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich habe gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell. Das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich stehe auf schnell. So. Wow. Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey, wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder. Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden. Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich habe mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt es zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienern und kann trotzdem weiter fahren? Schaut mal. Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg. Gleise, die verschwinden? Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. Peter, merks jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz froh. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu. Gekos! Ja! Connor wird zu. Catboy! Amor, ja, wir uns zu. Eulett! Die PJ Best! Na los, na los, na los! Zum Eulenbleibchen! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer, ich mach es dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulett. Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen. Ja, und los, mal los! Ah! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht ist es... Jungs, vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Äh, okay. Hey! 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 Hm, keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell... Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen super schnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfallen. Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt! Hä? Aha! Hab ich dich gefunden, Labor! Ha! Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Ha! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufahren. Sonst macht er den Zug noch gefährlicher! Alles klar, Eulett! Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super, euren Flügeln! Eulett! Wow, ich war fast schon Vogelfutter! Danke, Catboy! Nur keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an den Rand! So ganz, ganz, ganz sachte! Warum sachte? Lasst uns einfach los! Boom! Ah! 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 Entschuldigt, Jung! Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind! Schon okay! Neue Idee! Wir jagen Romeo gleichzeitig! Er kann uns nicht alle drei aufhalten! Okay, auf drei! Wir springen und rennen! Eins, zwei... Ach, schau! Heule! Nein, warte! Wow! Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht! Alles nur, weil ich so in Eile war! Eulett! Geht's dir gut? Ja! Tut mir leid! Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt! Und es hat nicht funktioniert! Schon gut! Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Flug zu fahren! Jetzt ist erstmal der Hormuz-Arm dran! Super-Gekko-Muskel! Dafür habe ich jetzt einen Plan! Und damit er klappt, werde ich diesmal warten! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden! Aber nicht mehr lange! Schnell! Was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer! Und wir werden es gemeinsam tun! Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste! Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers! Für Stand, Eulett! Dann bin ich an der Reihe! Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält! Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen! Toller Plan, Eulett! Ich glaube, das klappt! Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt! Los, PJ Masks! Ups! Nicht vergessen, Eulett! Keine Eile! Du bist dran, Catboy! Ich werde... Ihr wisst schon, warten! Okay, mehr Turboschienenlegern! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Super Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe! Locker und lässig! Das war Food Island! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekko, los! Blockier den Turboschienenlegern! Ja! Oh! Wow! Super einig Ingrid! Haltet euch alle an mir fest! Ja! Oh! Wow! Ich schaff das! Supergeko-Mussi! Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja! Ich hab vielleicht meinen Zug verloren. Aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jänner glücklich machen. Nächstes Mal, wenn Sie geglaubt fühlsamer halten. Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedenkt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Kackwoll! All Nettes! Gecko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an. Wer sind die Los? PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks, Pyjama Helden! Verbrechen! Zu bekrämpfen! Geht und bestellen! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks, Pyjama Helden! Gute Nacht! Gecko rettet Weihnachten! Oh, Connor! Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschmeid. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah! Ich kann das nicht! Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich kriege das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein! Wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta? Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Misks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir jetzt groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Connor wird zu... Catboy! Hermaja wird zu... Eulett! Ja! Greg wird zu... Deco! Die PJ Masks! Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hoch gekommen. Und das müssen wir auch! Also los, zum Eulengleiter! 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 Schaut! Da ist Luna Girl! Da kann der Gecko, sie klotzt allen die Geschenke Das darf doch nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspotten haben Luna Girl, gib die Geschenke zurück Sie gehören dir nicht Vergessen Sie, ihr Brabis, das sind meine Meine, wir sind nur für mich, mich, mich Hey, schnappen wir uns ihr Mondwort, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran Gute Idee, Gecko, legen wir los Ich bring sie auf den Boden zurück, ein Flügel Eulett, Vorsicht! Schnell, Gekko, fliegt das Mondband von Lunakall weg. Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondband geflogen. Das kann ich sicher nicht. Auf Wiedersehen, Kostchen. Ich miau mich vom Acker. Geekko, geht's dir gut? Ja. Ich wusste, dass ich das Mondband nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulett, du fliegst dir hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's. Ha, ha, ha. Komm schon, Luna Girl. Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Spatzenhirn. Nein, 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 nein. PJ Mask, ich brauch nur ein Gesicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katzen-Sprung. Hä? Schon wieder die maulende Mieze. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Oh, äh. Tempoi. Ha, 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 ha. Ah. Matten. Husch, husch. Nein. Ich komme. Geekko, spring aufs Mondwort und bring es weg von hier. Nochmal geil mit Fliegen. Aber ich kann das nicht. Nur Mut, Geekko. Du kannst es bestimmt. Versuch es einfach nochmal. No, schlägt um die Schlange. Das ist ja noch mehr als Heißlaufen. Ah. Ich schaff das niemals. Geekko. Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los. Los. Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören. Nein, du. Flattende Feder. Ha, 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 ha. Eulette. Oh, hab ich deine Federchen zerflaggert, Eulette? Entschuldige. Super, Katzen. Sprung. Oh, oh. Oh. Oh, hilfe. Unter von meinem Mondband. Eulette, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondband und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Oh, Missa. Catboy. Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super, gelgutanum. Wo ist die einfältige Eidätsche hinverschwunden? Nein, woher kommst du denn? Ah. Hm? Ah. Hey, danke. Das ist meiner. Gecko, ich verliere den Halt. Zieh mich hoch. Oh, wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht. Warte, ich bin in Sicherheit versprochen. Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen. Gecko, Achtung. Das ist irgendwie cool. Aber schwierig. Ich muss dringleiben. Pass auf, die Wand. Ringendes Reptil, wir sind zu hoch. Keine Panik, wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du, du musstest es einfach nur versuchen. Ja. Morden. Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister. Es ist vorbei, Luna Girl. Ja. Wir haben den Mondbord. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Ah. Oh, das ist nicht wert. Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja, wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay. Na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Yeah. Ja. Dann sind wir alle zusammen. Und nun das letzte Geschenk. Ganz toll. Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf habe, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen. Also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück. Okay. Aber nun müsst ihr wohl gehen. Und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange. Wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Boah, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Vom Wege hast du das? Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay. Ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks, ruft laut Hurra. Weihnachten ist gerettet. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Ja! 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 Hey, was passiert hier? Endlich Schneid! Weihnachtsschneid! Kommt denn die Pfluggi mit der Zunge? Äh, äh! Kattwoll! Oletz! Gekko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske ein, wer sind die Los? PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! Verbrechen! Zu bekämpfen! Geht zu festen! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks! Gekko und die Eisstadt He? Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer! Eissapfen? Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist! Alle rutschen und fallen hin! Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf! Was ist da los? Heute Nacht finden wir's heraus! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen! Ja! Connor wird zu! Kauau! Kauau! Dähd Ja! Craig wird zu! Gekko! Die Kuh-Lebnis! Das Gekko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Gekko-Mobil? Für den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow! Was war das? Eulenaugen! Hm. Seht mal da drüben! Romeo ist hervor! Ui! Das macht richtig Spaß! Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne drin! Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett. Aha! Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Rupse auftaucht. Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's! Gleich habe ich dich! Jetzt, wenn nur meine tolle Fahrt geht, Romeo, dann schiebe ich mit meinen Supergeko-Muskeln in den Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Teig-Dovies hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich! Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil! Flatternde Federn! Ich pass nicht durch! Wir müssen landen! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oh, es ist wirklich rutschig! Danke, Gekko! Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen! Weil meine Brüße richtig gut hat ihn! Warte, Gekko! Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert! Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür Hilfe, zurück zum Eindleiter! Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulen-Augen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gekko nicht entdecken kann. Eulen-Augen! Da ist er! Okay, Gekko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! Wow! War wohl nur der Wind! Hotboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand muss ihn! Catboy! Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mieze-Katze! Und jetzt runter von meinem Labor schicken! Catboy, pass auf! Au-au! Es ist k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulets! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten! Schau! Jetzt nicht, Gekko! Komm zurück! Catboy! Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht zu mich! Romeo haut ab! Schnell! Haltet ihn auf! Da könnt ihr nicht mithalten, ha? Pyjama-Helden! Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein Super-Eisblock! Wir beide brauchen einen Plan, Gekko! Und zwar schnell! Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe! Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow! Eulenflügel! Ach, das ist besser! Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten! Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine! Los, Gekko! Warte! Du versuchst, ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super-Ollen-Muskeln! Oh nein, ich habe gar keine Superkraft! Gekko, wo bist du? Eulen steckt in Schwierigkeiten! Verflattende, frostige Federn! Ha-ha-ha-ha! Zwei kleine Eisblöcke sitzen auf Asphalt! Zwei kleinen Eisblöcken ist so bitterkalt! Ha-ha-ha-ha-ha! G-g-g-gekko, ich habe einen Plan! Ui! Warte, ich habe einen besseren Plan! Schlitterne Schlange! Hätte ich doch nur auf meinem Platz gestanden! Und meine eigenen Superkräfte benutzt! Hilfe bei den Held zu sein! Super-Eideckengriff! Es ist Zeit für meinen Plan! Ihr hilft, indem ihr so viel wie möglich von Romeo's Eisachterbahn kaputt macht! Bereit für Eisball-Flipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren! Na los, lass uns Eis zerschmettern! Hä? Diese Eiszappen könnten zerstören, meine wundervolle Bahn! Jetzt kann ich nur noch in einer Luft suchen! Ha! Ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt! Super-Eideckengriff! Hm! Hallo, Romeo! Mit meinem Super-Eideckengriff bin ich besser auf dem Eis als du! Quatsch! Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen! Von mir! Also ist es unmöglich, dass mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen! Das wollen wir erst mal sehen! Los, Gekko! Mich kriegst du nie! Super-Gekko-Muskel! Uah! Nein! Hab dich, Romeo! Ja! Zeit für eure Enteisung, PJ-Mests! Oh ja! Juhu! Gute Arbeit, Gekko! Der Plan war katzenstark! Ja! Es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben! Nein! Das ist meine Schuld! Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen! Oh! Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist! Ihr Panneten-Bütsamer-Held! Ihr müsst mir immer mal entspannt werden! Das nächste Mal, jetzt riege ich euch! PJ-Mests! Also, es ist immer noch viel Eis da! Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ-Mests! Ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist! Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren! Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan! Gehen wir doch zum Wasserpark! Tolle Idee! Lasst uns gehen! Au! Ups! Da habe ich wohl ein bisschen Eis zu versehen! Wir sind ein bisschen Eis, aber... Wir wissen, wenn wir in den Parken ziehen. Wir sind hier nicht so zufrieden! Wir sind hier nicht so zufrieden! Wir sind ganz groß! Ketboi! Onet! Gekko! Gekko! Lass geht! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind die ganz groß! Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ-Mests! Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen, zu bekämpfen, geht er festen Na, wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks Petboy mal vier Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Fazilfertigungsmaschine Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung, schleich mich an und schnapp sie mir Dann dürfst du sie mir zu, ich geb sie an Petboy weiter und... Ich hab eine bessere Idee, ich schnapp sie mir jetzt gleich Super-Katzen-Tempo Was? Petboy! Na, gefällt's dir da oben, Mietekatze? Lass ihn runter, Robo-Zack Super-Gecko-Muskel Ihr seid auf dem falschen Dampfer Wie wär's denn damit? Lass das diesmal alles gemeinsam machen Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, die wär's mit einem Super-Katzensprung! Super-Gecko-Tarnung! Wow! Geh sie mir zurück! Warte, was machst du da? Lass das! Super-Gecko-Muskel! Nein! Das werdet ihr nie noch büsten! PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist's jetzt mit dir gefällt! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboter-Freund? Die PJ Masks war mal wieder ganz groß! Wie immer! Aber es war schon wieder ziemlich knapp! Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen! Tut mir leid! Ich wollte nur, dass wir gewinnen! Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball! Volleyball! Oder noch besser, wir spielen Fußball! Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen! Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier! Wir sehen mal nach! PJ Masks, jetzt nichts mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Anfänger aufzulegen Amaya wird zu Coilet! Ja! Greg wird zu Deco! Ja! Kein Alter zu Catboy! PJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo! Wie bist du an ihr hingekommen? Die ist im Hauptquartier! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich! Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt! Und hier ist es! Eine Vervielfaltigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Gar keiner, Gekko! Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen! Ich habe eine Idee! Ich fliege runter und nehme sie, Romeo, weg! Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy! Und du gibst die Gekko! Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus! Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel! Der Katzenbrüller! Der macht jede Elektronik kaputt! Warte! Zeit für noch mehr, Roboter! Und dann waren es wir! Katzenbrüller! Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern! Roboter-Armee? Ganz recht! Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage! Und wenn wir uns folgern, dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht! Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt! Okay, zurück zu unserem Plan! Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch! Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super, Ollen Augen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du knackende Strockel! Der Fellball-Knopf glännt! Er feuert weiter! Alles gut, nichts passiert! Ja, mir geht's auch gut! Bei meinem Katzenschnurrhaun! Catboy! Du wurdest vervielfältigt! Ich weiß! Ich weiß es auch! Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso! Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine! Sie sollen euch verfehlfahren, nicht die PJ Masks! Fürst mir die Maschine zu, dann ziehe ich das denkende Ding aus! Ich kann nicht! Es sind zu viele Roboter! Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe... Ja! Ja! Ringelndes Reptile! Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys! Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon! Wir werden diese Roboter rollen! Juhu! Wuhu! Nein! Ja! Das war's, Roboter! Nicht so schnell! Wir, Steins, haben deine Kopien ganz eigene Pläne! Was macht ihr da? Ihr müsst ihn wegrollen lassen! Ich habe eine bessere Idee! Ich drehe den hier, bis ihn ganz schwindelig wird! Ich färg den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat! Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann! Das ist ein super Training! Tschüss! Wow! Vorsicht! Roboter! Merkt diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen! Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch! Ich habe noch eine Idee! Und mit diesen Catboys kann ich zischen! Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen! Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später! Schnell! An! Oh! Oh! Nein! Nein! Ihr Pyjama-Plage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen! Ich baue ein Roboter-Katapult! Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stallband! Wartet! Stopp! Wir brauchen diese Baumstämme! Ich brauche sie! Stopp! Haltet euch an den Plan! Bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht! Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch! Genau wie du! Ich kann es noch hinkriegen! Ich hole die Maschine! Keine Sorge! Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger! Roboter! Schnapp die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört! Hey! Und du meinen! Passt auf! Ist das schwer! Eine Catboy-Kofi-Meister! Eine Catboy-Kofi-Meister! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team! Schon vergessen? Tut mir leid! Ich hab's vergessen! Und meine Kopien erst recht! Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Hund zu sein! Super Katzentep! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen! Irgendeine Ahnung, Team? Ich hab eine tolle Idee! Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen! Lasst die Catboys los und schnappt sie euch! Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen! Hallo! Hallo! Hier kommt der Rest! Alle auf eure Position! Kommt schon, Roboter! Was wird ihr Pyjama-Flaggegeister im Schilde? Roboter hast du Wasser! Und jetzt der letzte! Super Katzentempo! Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, 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 nein! Ah! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an! Aber wenn nicht, das blinkende Ding raus! Hier verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenne ich ein Team! Tu es, Gecko! Super Gecko-Küste! Ja! Ja! Jetzt krieg ich schon noch Pyjama-Flaggegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden! Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy! Catboy! Oilette! Gecko! Noch geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Masken! Wer sind die groß? PJ Masks mit Jammerhem! PJ Masks mit Jammerhem! Verbrechen zu bekämpfen! Gecko-Bestern! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks mit Jammerhem! PJ Masks mit Jammerhem! PJ Masks! Ja! Connor ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals! Gekos Spezialstein! Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen! Ja, schon, aber ich hab dort meinen Spezialstein liegen gelassen! Ich war traurig, wenn er weg ist! Keine Sorge, Greg! Ich hab Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn! Da ist er! Ja, ich hab ihn für dieses Foto kurz weggelegt! Und dann hab ich ihn dort vergessen! Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich hab ihn von meinem Onkel bekommen! Das ist ein super seltener Stein vom Mond! Der ist so cool! Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir! Dann gehen wir ihn doch holen! Wow! Wie kommt das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer! Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen! Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen! Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde! Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten wie Lunar Girl! Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amaya wird zu! Eilett! Ja! Greg wird zu! Deku! Ja! Kommt dazu! Pip-Boy! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir nun ein Girl finden, desto eher habe ich mal Spezialstein wieder! Zum Eulengleiter! Oh, was ist da los, Eulett? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen! Ich fliege uns denn lieber raus! Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein! Wir müssen alle Steine finden, Deku! Gib dein bestes Eulett! Mach ich! Aber haltet euch fest, denn hier werden gleich viele Federn gerupft! Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben! Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das läuft! Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark! Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will! Eul in Augen! So ist es also! Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen! Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon! Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten! Eul in Kallen ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen! Super-Eidechsen-Griff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit! Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem super-Eidechsen-Griff! Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen! Na gut, Gecko! Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein! So können wir uns an Luna Girl anschleichen! Luna Girl, du hast etwas aus mir gehört! Hm? Wie ist es, sie kriegen wir bis hin? Mond-Energie! Schnapp dir die Pyjama-Flage-Geister! Gecko, du hast uns auffliegen lassen! Es tut mir leid! Ich war so wütend, dass Luna Girl mir meinen Stein geklaut hat! Gecko, dein Stein ist nur ein Ding! Die Mission ist viel wichtiger! Wir müssen alle Steine wiederfinden, schon vergessen! Und diesen Turbogen-Magneten stoppen, bevor... Gecko! Ihr Leuten habt keine Chance gegen meinen Ultra-Magneten! Nehmt das! Super Gecko-Tanum! Gecko, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gecko! 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 Alles in Ordnung? Ja! Gecko! Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben! Gib mir wenigstens meinen wieder! Das ist der Weiße da! Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Er ist wirklich was Besonderes! Ha! Was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben! Bitte! Er stammt direkt vom Mond! Vom Mond? Hm! Ich hab eine Idee! Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi! Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein! Danke, Eidechsenfuß! Nein! Warte, das geht nicht! Das ist dumm! Und sehr gefährlich! Mir doch egal! Ich will meinen Mond haben! Es tut mir leid, Leute! Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen! Es ist mir so rausgerutscht! Ist schon gut, Gecko! Aber jetzt müssen wir sie aufhalten! Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant! Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen! Keine Sorge! Ich hab einen PJ-Plan! Aber du musst dabei mitmachen, Gecko! Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen! Ich bin dabei, Catboy! Okay! Wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern! Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten! Und so werden wir es machen! Das ist es! Das ist das Allerbeste! Nur für mich allein! Mondenergie! Hol mir den Mond! Ja! Mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören! Nur mir! Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen! Mein Mondstein! Motten! Schafft mir dieses Federvieh vom Hals! Nicht so schnell, Motten! Ich hab die, Motten! Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl! Schnapp dir den Magneten, Gecko! Mein Stein! Aber Gecko, das ist nur ein Stein! Der Magnet! Hol dir den Magneten! Oh, er ist doch so nah! Komm, Mondbart! Lauf! Oh! 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 Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr! Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond! Ich will aber den ganzen! Ihr habt mir dabei geholfen! Und das alles nur wegen eines Steins! Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß! Mondenergie! Hol den Mond! Ringelndes Reptil! Es ist wahr! Ich hab die ganze Mission verdorben nur wegen eines Stings! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Husch! 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 Puh! Danke, Gecko! Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können! Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen! Oh! Hey! Was ist da los? Der Mondmarkt, den sollte doch am Mond kleben bleiben! Oh, das tut er auch! An meinem Stückchen Mond! An meinem Spezialstein! Großartige Idee, Gecko! Nicht sehr lange, Brüder Gremlin! Nicht sehr lange, Brüder Gremlin! Euren Flügel weg! Schnell! Während sie beschäftigt ist, holen wir uns die andere Magnetsteine wieder! Ja! Super Katzen! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Aufhören! Ihr Steiliebe! Und seine Liebe! Hä? Nein! Die erhören wir! Mir allein! Oh! Wir haben alle Steine Mein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mund zu klauen, Luna Girl Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen Und ich bin stark genug für das hier Super-Gill-Koros-Gill Und weg mit dir, Luna Girl Na, das werdet ihr mir büßen Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen Es war wirklich tapfer von dir, einen Spezialstein zu opfern Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum Das machen wir gemeinsam PJ Masks ruft laut Hurra Vorbei ist jetzt mit der Gefahr Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben Das ist nur ein Ding Und Dinge sind nicht so wichtig Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten Vielleicht will ich durch einen neuen Oder vielleicht nicht Oder vielleicht doch Oder vielleicht nicht Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe Katboy All right Gecko Los geht Sie ziehen los in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Moskern Wer sind die bloß? PJ Merz, Pyjama-Helden, PJ Merz, Pyjama-Helden Verbrechen, zu bekrämpfen, geht zu fressen Na, wenn alle im Bett sind PJ Merz, Pyjama-Helden, PJ Merz, Pyjama-Helden PJ Merz PJ Kraft Paket Ich bin PJ Robo Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet Oh, ich finde ihn auch cool Er ist unser neuer PJ Merz Toll, dass er einer von uns ist, aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen Und er macht eine tolle Roboter-Mondrehung Fliep, Flop, Flop Was? Klebeklatscher, Nacht-Ninja Das ist nie gut PJ Merz, jetzt nichts wieder Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Aber ja, wirkt zu Oh, nett Ja! Ja! Greg, wirkt zu Get cool Ja! Han, wirkt zu Catboy Die PJ Merz Hey, PJ Robo. Coole Moves. Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren. Das ist schon mein Job. Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner. Das lernst du noch. Cooles Chamäleon. Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt. Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren. Ganz genau. Over. Ja, aber guter Versuch. Weiter so. Hey, schaut, das Nachtmenger. Was haben die vor? Finden wir's raus. Zum Katzenflitzer. Äh, PJ Robo? Los, kommt. Wir nehmen den Eulengleiter. Ich kann sie nicht sehen. Könntest du Pippe den Ober ins Funkellinz holen? Das war's für heute. ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Orientieren auf! Runter zur Landung! ARD Text im Auftrag von SWISS TXT ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Ihr werdet besser! Konzentration, Angelinos! Hey! Hört auf! Was immer ihr macht! Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger! Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften! Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen! Und ich will... das hier! Levy was? Levitieren! Das bedeutet anheben! Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen! Gakanda Gekku, das sind üble Neuigkeiten! Oh, das ist kinderleicht! Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja! Super-Katzen-Tempo! Super-PJs! Super-Einwächsen-Riff! Super-Einwächsen-Riff! Oh, was ist das? Cha-Robo! Oh, oh! Er bewegt sich wie ein Panta. Schnell, halt seine... Schnecke? Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie. Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je. Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Merz zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren und... Er hat auch versucht, meinen Funkeler zu verbessern. Geil keiner, Gecko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber Peter, Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Nein! Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo! Hallo! Seine Batterie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaff das. Pass auf. Was es auch ist. Es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gekko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nichts aufgeben! Was ist das für ein Kristall? Ich fühl mich irgendwie fantastisch. Ich, ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn dir Nachtninja zeigt, wer hier der Volk ist? Ja! O, ist das für ein Halbius? Jürgen? Jürgen? Ja! Ich bin ein Halbius! Und wir tun uns. Ich bin mega den Flasen. Das ist das. Das ist das. Ratsch ist das. Wenn nein! Geh erzielt. Oh! Ich habe es da. Das ist das ... Ich habe super Katzenstreifen. Juhu! Was? Haha! Supergeckoschilde! Ich bin unversiegbar! Super euren Federn? Wie cool! Ah! 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 Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch! Und das alles dank PJ Robo! Nächstes Mal kriege ich euch PJ mit! Ja! Haha! PJ Robo! Verweist jetzt mit der Gecko! Gecko! Eilett! Gecko! Sie ziehen los in der Nacht! Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske! Wir sind die Lust! PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks, Pyjama Helden! Kein Lächeln! Zu bekämpfen! Geht doch festeln! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks! Mondsüchtig Teil 1 Das Rennen zum Mond Wer von euch kann mir sagen, was das ist? Oh, das ist einfach! Das ist der Mond! Nur, dass er viel orangefarbener ist, weil er aus Käse besteht! Hab ich recht? Haha! Nicht ganz! Der Mond besteht nicht aus Käse! Bedauere, Cameron! Das ist ein Erntemond! Und den gibt es nur einmal im Jahr! Und wisst ihr was? Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut, könnt ihr den echten Erntemond strahlen sehen! Der Mond ist so cool! Ich liebe ihn! Ja! Wisst ihr, wer ihn noch liebt? Werwölfe? Oder war es der Wolfsmann? Luna Girl! Na klar! Sie wird den Erntemond auf keinen Fall verpassen! Wetten, dass sie heute Nacht nichts Gutes im Sinn hat! Nicht, wenn wir es verhindern! PJ Masks sieht jetzt nichts wie los! Denn wir lassen! Wir lassen groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wirkt zu! Boy, let's! Ja! Greg wirkt zu! Jungs! Ja! Halt! GEREN SUP! KETBOY! Halt! GEREN SUP! KETBOY! BK! Ja! GEREN SUP! Ja! 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 Ich wusste es. Zum Katzenblitter. Wow! So sieht also der Erntemond aus. Sekunde mal, das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen, dein Erntemond? Seht euch nur meinen Mondmagneten an. Der Erntemond hat ihm eine super Ladung verfasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, wird dieses Stopp ganz allein mir gehören. Mir! Bis dann, PJ-Plagegeister! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Äh, die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie da schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja! Ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los, zum Hauptquartier! Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu. Wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Lunagirl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also, PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Auf eure Stationen! Eulett, Gekko, alles klar? Klar! Alles klar! Na gut. PJ-Robo, in 3, 2, 1, Start frei! Okay. PJ-Robo, beginne mit der Transformation. Und los! WDR休 Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna gar nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tot im Fallraum, Chef. Ha. Was? Oh nein, vergesst es. Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt weg. Oh, oh. Das ist die Tür. Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten. Ich sehe sie ja, aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten! Tut mir leid, der letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Robo, ist das Schiff in Ordnung? Keinen Schaden? Wie schlimm ist es? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause! Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Haltet euch fest! Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulette. Schadensmeldung? Endlich, endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr! Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gekko, aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Lunagirl dieses Mal vorhat. Alles okay? Na ja, nicht wirklich, weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und hab Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermiss mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet hab. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay. Du hast jetzt das Kommando. Viel Glück. Zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Scheiße um auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Oilette Angeko, hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen offen, Gekko. Oilette Angeko! Da ist sie! Los, hinterher! Ah! 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 Das heißt nichts Gutes. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Ted Boy? Eulett? Pssst. Gekko, Gekko! Gaston? Oh nein! E-Gekko! E-Gekko! Ted Boy? E-Gekko! E-Gekko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sind die bloß? PJ Masks Pyjama Helden, PJ Masks Pyjama Helden! Verbrechen, zu bekannten, Pijama-Bestern Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks! Das Wettrennen auf den Rätselberg Kommt schon, die Schriftrolle vom Rätselberg, sie ist dort drüben Äh, was ist nochmal eine Schriftrolle? Ein antikes Stück Papier Die Leute vom Museum haben es vor kurzem im Kellergewölbe entdeckt Der Legende nach gibt es oben auf dem Rätselberg einen goldenen Ring Wer immer ihn auch trägt, erhält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten Oh, sie ist fern! Seht nur, Seile! Nacht-Ninja! Er will den Berg finden und den Ring Wir müssen ihn aufhalten PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Andaya will zu Oy, litt! Ja! Greg will zu Gekko! Ja! Connor will zu Pet fai Die P.J. Mertz! Doch Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen. Gibt es eine Spur, P.J. Robo? Da! Ninja Linus hinter dem Museum! Er sagt, er will unbedingt mitkommen. Er kann die Schrift entschlüsseln. Das ist keine üble Idee. P.J. Robo, komm mit. Zu den P.J. Gelände Bikes. Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst. Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne. Richtig. Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es! Grrr, 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 grr. Grrr, grrr! Seht ihr auch was ich sehe? Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätsel weg? Träumt ruhig weiter Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninjalichkeit Bis dann, man sieht sich irgendwann Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale Aber das hier sieht geschlossen aus Super gemacht, PJ Robo Gut, dass du da bist Los, komm! Wow! Katzenohr Ist der kein Fischer in die Richtung? Nein! Folgen wir ihm! Wartet! Wenn der Ring aus dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn Ein Kinderspiel Plan B? Das war Plan B Zurück zu Plan A Folgen wir den Ninjan Es ist fast so als wäre der Schlamm vermischt mit Nacht Ninja entkommt uns Wir lassen die Geländebikes hier Gehen wir Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor Wer weiß was für Kräfte Night Ninja bekommt, wenn er als erster den Ring hat Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als erster kriege Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt Und bis dahin Beschiss sie! Supergäts und Schilde Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung Schau mich nicht so an Wir kommen zurück und holen dich Höchstwahrscheinlich Wo sind sie lang? Also dann hinaus Catboy, warte! Der wutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören Hab ich dich sagen hören? Du würdest den Ring bekommen, Catboy? Tja, dankst du! Die sind wirklich klebrig Catboy, Vorsicht! Danke Gern geschehen Ich klebe fest Hält euch, ich komme! PJ Robo, du kommst mit mir Wir sind direkt hinter euch Sesam, öffne dich! Gut, dann mach du dich nützlich Wow, das ist unglaublich Der Ring muss hinter den Toren sein Er darf nicht als erster dort ankommen Komm schon! Aus dem Weg! Da ist der Ninja-Rambach nötig Jetzt ist Schluss, Nacht Ninja Ich hab die Schriftrolle anständig gestohlen Wenn der Ring der ultimativen Ninjalichkeit da drin ist Gehört er mir Ninjas übereinander Cool! Oh ja, sehr cool Wenn man ein Meister-Ninja ist Und kein blöder Superheld Wenn jemand den Ring der Ninjaligkeit bekommt, dann wir Er gehört in die Hände eines Helden Der Ring gehört mir Super, Katzensprung! Was? Der Ring, er muss da drin sein Hey, ich hab ihn zuerst gesehen Oh, der sieht nicht gut aus Trockenzungenklatscher! Hilf mir! Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein! Ich komme! Aber ich bin so nah dran! Ich hab dich! Oh, klasse! Was jetzt? Halt dich einfach fest? Catboy? Man, bin ich froh, euch zu sehen, Leute Wie wär's mit Hilfe? Supergecko, los geht's! Sturz! 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 Handschuhe! Oh! Sturz! Sturz! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? Sturz! Sturz! Pijay! Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Weg! Dann nächstes Mal! Doch! Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los, 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 los! Ich bin jetzt hier! Wieso? Los! Los! ¿Dios! Oh! Das wirst du nicht tun. Du kommst mit uns. Katzenstreifen. Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten. Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister. Kommt schon, Ninja-Linos. Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist. Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Schnelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Pyjama-Plagegeister ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Kat-Boll, Eilett, Gekko, Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die Blut? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Farblechen zu bekämpfen geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Osterwölfis Oh Mann! Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben. Und bis zur großen Ostereiersuche. Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte. Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben. Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich. Okay, Kinder, ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche. Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg. Schokolade ist was Besonderes. Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein. Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei. Ja! Du schummelst! Nein, tue ich nicht. Ich suche, ich suche nur den schnellsten Weg von dem Versteck in meinem Bauch. Hä? Fotenspuren? Welfis auch da jagt. Sie sind hinter meinem Eiherr. Ich meine hinter allen Eiern. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu holen. Und eine kleine Gruppe mutigeren Schurken das Handwerk zu holen. Ich wusste es. Welfi-Alarm. Rip, Heuler und Kevin. Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit. Wir müssen Schuko-Eier klauen. Ihr, lasst uns los, schnüffeln. Pfoten weg von unseren Eiern. Zum Gekomobil. Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort, bevor... Oh nein. Oh nein. Uhu. Hurra. Ein Schokoladenei. Hurra. Verschleift, verschläft. Zögerst du es, zweck im Nu. Leute, können wir nicht einfach teilen? Durch drei? Wir sind erst mal beschäftigt. Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor den Wölfbeef. Ja, Turbo-Eiersuche. Auf die Plätze. Fertig. Jahu! Juhu! Hm. Aha! Huh? Ich bekomme es in die Probe. Archie! Uiah! Elfbon ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... ...rohe Zwiebel. Fälberfager. Catboy-Wilft, er trifft! Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst hässliche Leckerei. Hm. Nur einen kleinen Bissen. Becker! Nicht! Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell! Catboy! Wir lenken sie ab! Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule. Und bewache sie. Bewachen! Nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. Also so ein Wetter gefällt mir. Eier. Riesen-Ei-Dab! Juhu! 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 Ich bin ganz gut! Juhu! 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 Oh, mega eilig! Lecker! Meins, 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 meins! Ha! Schaut ihr Fellgesicht ab! Zwei, vier, sechs, acht, hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Wow! Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Fellgesicht in der Zeit drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Das ist falsch. Mission ein, erfüllt. Nur noch ein bisschen. Deko, du hast es versprochen. Was? Oh nein, Leute, das tut mir so leid. Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Check-Pot. Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party. Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist. PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... ...lassen euch nicht ins Haus herein. Dann macht euch jetzt bereit für den Welfi-Rudelangriff. Jin, jetzt geht's gut! Ja, ich glaube, das war für den Welfi-Rudelangriff. Mir geht's gut. Äh? Hurra! Hurra! Es ist nichts zu schaffen. Doch, wir husten und wir pusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Hab da neulich so'n Buch gegessen. Lasst uns husten und pusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ip, 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 Ip! Leute! Wo ist das? Ja, ha. Ja, ha. Ip, Ip! Ooooooooh! Ip, Ip, Ip! Ip, Ip, Ip! Uoooooh! Uoooooh! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das! Katze und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschall-Eule ist zu stark. Ich habe allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Geld zu sein. Im Ernst, Gecko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtssnack. Juhu! Klingeling, Abendessen. Oh mein Gott! Mainz, Mainz, Mainz! Nein! Mainz! Da ryangelt's. Mainz, Mainz! Mainz, Mainz! Mir geht's gut. Das nenne ich mal ein Mitternachtssnack. Gecko, du hast es geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist jetzt mit der Gefahr. Gecko, los geht's. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, die Jammerhelden. PJ Masks, die Jammerhelden. PJ Masks. Halloween-Gaunert-Handswacht. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So wie es sein soll. Schwinger Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte kommen, PJ Robo. Du musst uns helfen. Ich habe die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Machst euch bereit. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei. Kitzeln! Und danke auch an PJ Robo. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir. Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Oh! Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurken nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenhorn! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spielt die Superkraft des Halloween-Wolfmoons. Jipp, jipp, jau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Ich, ähm... Es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon. Bild nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm. Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... Nein, im Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben. Ich wusste, die Straßentöter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die Wunschwunfeln hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Welfies. Habt ihr was verloren? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es. Oh, Süßigkeiten. Süßigkeiten. Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei. Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Kassentempo. Wow. Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja. Klasse. Aha. Ich hab euch auf frischer Tat erzappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch. Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Seth, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du musst dich nicht verraten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oder auch nicht. Flatterne Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ähm, 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 du kannst es schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain K-K-K-K-Kameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen. Hä? Schwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron. Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Orthogramme. Ich bin auf Mission. Wow. Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht? Will ihr mich jetzt entschuldigt? Ich muss schnell von hier verdurften. Wusch, wusch, wusch. Tschü-tschü-tschü-tschü-tschü-tschü-tschü-tschü-tschü. Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeiten. Ich entfache den interplanetarischen Sturm. Jetzt. Und flügelig. Aua. Boah. Hab ich das etwa getan? Und dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier. Los, los, bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher. Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefickt. Mitsamt den Süßigkeiten? Oh nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, in Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Unsere Wolfskräfte werden unten in das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt kein Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Juhu! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen kann. Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist das mit uns? Und mal einen super genialen Hotdog rein. Oh, Süßigkeiten. Oh, Süßigkeiten. Das reibt sich nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen ist Ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wenn den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen. Das klingt nach einem super Plan. Voila! Zehn für mich und zwei für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht. Leute, da bleibt es ein Geist. Au! So was wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beute geklaut und verschwärmt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Alldachsen-Bubi. Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super Katzenstreifen! Jetzt bekomme ich mehr! Super-Glikos-Schild! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Super-Ein-Feed-Aus! Ihr PJs könnt einem echt den Spaß verderben. Total macht Spaß. Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween! Oh! Halloween! Wir werden es wohl niemals lernen. Hallo! Es ist der Weltraum, Junge. Er ist zurück, um uns zu holen. Ich bin Captain Cameron. Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus. Nichts! Nia, befortmesse die Befehle des Captains. Ich sagte, kommt raus! Wow! Was war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen. Ich habe sie verjagt. Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Gut, dass ein Held zur Stelle war. Oder vielmehr drei. Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee, aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team! Jetzt ist er heute Nacht! Gekko! Eilett! Gekko! Mastik! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sucht die los? PJ Masks, du schau mal hin! PJ Masks, du schau mal hin! Mal brechen, zu bekämpfen, ihr dummes Fell, schnippen alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks! Eilett und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat! Den fliegenden Achterbahnzug! Ich hab gestern die Testfahrt gesehen! Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen! Und du weißt, ich steh auf schnell! So! So! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren! Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist! Na los, wir müssen sie auch testen! Hey! Was? Wir waren zuerst hier! Stell dich hinten an! Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein! Hm, ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut! Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis! Aber wie kommt er von den Schienern und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären dann noch mehr Gleise gewesen! Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden? Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke! Peter, mask's jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz froh! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Greg will zu! Deckor! Ja! Connor will zu! Papai! Amaya will zu! Eilett! Die PJ Best! Na los, na los, na los! Zum Eulenbleit-Test! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen! In Ordnung! Guter Punkt! Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs! Schon gut! Dann zum... Katzenflitzer, ich mache es dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann! Komm schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte, Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir den entfolgen? Ja! Und los, na los! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko! Ist hier wie wild rumgesaust! Vielleicht ist es... Jungs, vergesst Romeo! Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren! Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt! Los, los, los! Äh, okay! Hey! Hey! Hm, keine Spuren mehr! Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in den Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne! Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell... Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt! Romeo? Na, hallo! Oh, die Pyjama-Helden! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren! Das war nicht ich! Niemand fährt mein Labor! Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht! Zum Glück habe ich diesen super schnellen Zug, um es zurückzuholen! Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach! Dank meiner Erfindung! Dem Turbo-Schienen-Lega! Der legt Schienen überall hin! Wow, der ist voll cool! Und noch viel cooler ist der andere hinten! Der das Ganze wieder einsammelt! Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht! Wir können dein Labor für dich einfallen! Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor hab? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt! Aha! Hab ich dich gefunden, Labor! Auf Wiedersehen, Pyjama-Elden! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Waa! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufahren! Sonst macht er den Zug noch gefährlicher! Alles klar, Eulett! Romeo, wir kommen! Autopilot! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapper-Kiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super, Eulett! Mögel! Eulett! Wow, ich war fast schon Vogelfutter! Danke, Catboy! Oh, keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an ihn ran! So ganz, ganz, ganz sachte! Warum sachte? Lasst uns einfach los! Wow! Eulett! Alles okay! Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer 6! Entschuldigt, Jungs! Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind! Schon okay! Neue Idee! Wir jagen Romeo gleichzeitig! Er kann uns nicht alle drei aufhalten! Okay, auf drei! Wir springen und rennen! Eins, zwei... Eulett! Nein, warte! Wow! Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gecko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht! Alles nur, weil ich so in Eile war! Eulett! Geht's dir gut? Ja! Tut mir leid! Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt! Und es hat nicht funktioniert! Schon gut! Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Flug zu fahren! Jetzt ist erstmal der Horko-Zahm dran! Super, jetzt, du musst es! Dafür hab ich jetzt einen Plan! Und damit er klappt, werde ich diesmal warten! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden! Aber nicht mehr lange! Schnell! Was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer! Und wir werden es gemeinsam tun! Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste! Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers! Verstand, Eulett! Dann bin ich an der Reihe! Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält! Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen! Toller Plan, Eulett! Ich glaube, das klappt! Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt! Los, Pyjama-Helden! Hups! Nicht vergessen, Eulett! Keine Eile! Du bist dran, Catboy! Ich werde... Ihr wisst schon, warte... Okay, mehr Turboschienenlegern! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Superkatzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe! Locker und lässig! Das war Food Island! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekko, los! Blockier den Turboschienenlegern! Oh! 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 Super einigengriff! Haltet euch alle an mir fest! Oh! 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 Wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jänner glücklich machen. Nächstes Mal will sie geglaubt Pysame helfen. Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbeiges Tipp der Gefahr. Kackvoll. Oletz. Gecko. Los geht's. Sie ziehen los in der Nacht. Der Dörr sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an. Wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen. Zu bekämpfen. Geht um es fern. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks. Gecko rennt sich Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eis laufen. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich kriege das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eis laufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön. Und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Misks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Connor wird zu... Catboy! Am I a Bilkzu? I let! Great Bilkzu! Deckor! Die PJ Masks Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hoch gekommen Und das müssen wir auch Also los, zum Eulengleiter Ein Augen Schaut, da ist Luna Girl Da kann der Gecko, sie klaut allen die Geschenke Das darf doch nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspocken haben Luna Girl, gib die Geschenke zurück Sie gehören dir nicht Vergesst es, ihr Brabis, das sind meine Weihnachten ist nur für mich Hey, schnappen wir uns ihr Mondboot, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran Gute Idee, Gecko, legen wir los Ich bring sie auf den Boden zurück Ein Flügel Ah, Maki Euleng, Vorsicht Schnell, Gecko, fliegt das Mondboot von Luna Girl weg Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondboot geflogen Das kann ich sicher nicht Auf Wiedersehen, Kostchen Ich miau mich vom Ocken Gecko, geht's dir gut? Ja Ich wusste, dass ich das Mondboot nicht fliegen kann Tut mir leid Schon okay Verfolgen wir sie Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können Eulett, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus Los geht's, los geht's Komm schon, Luna Girl Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es Hey, das gehört mir, Spatzenhirn Nein, 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 nein PJ Masks, ich brauch nur Gesicht, um sie nach unten zu ziehen Super Kapsensprung Hä? Schon wieder die maulende Mieze Na dann wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen Oh, hä Peckol Matten Husch, husch Nein Ich komme Gecko, spring aufs Mondboot und bring es weg von hier Noch mal geil mit Fliegen Aber ich kann das nicht Nur Mut, Gecko Du kannst es bestimmt Versuch es einfach noch mal Ich schlitt um die Schlange Das ist ja noch schwerer als Eislaufen Ich schock das niemals Gecko Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut Macht nichts Keine Sorge Eulett und ich kümmern uns drum Holen wir Luna Girl ein, los! Das war's, Luna Girl Zeit aufzuhören Zeit für euch aufzuhören Schnapp deine Feder Eulett Oh, hab ich deine Federchen zerflaggert, Eulett Entschuldige SuperKadden Sprung Gecko Hilfe Grunder von meinem Mund Eulett, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Catboy! Catboy! Du hast recht, Doilette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super, Gekko-Tanum! Wo ist die einfältige Eidätsche hinverschwunden? Na eins, woher kommst du denn? Hey, danke! Das ist meiner! Rettet euch, Gekko! Du schaffst es! Gekko, ich verliere den Halt. Zieh mich hoch! Aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleitgewicht. Wartig bin ich in Sicherheit versprochen. Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen. Gekko, Achtung! Das ist irgendwie cool. Aber schwierig. Ich muss dranbleiben. Pass auf, die Wand! Ringeln ist weg, Tee! Wir sind zu hoch! Keine Panik, wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ich bringe es jetzt runter. Langsam, langsam! Toll gemacht! Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du, du musst es jetzt einfach nur versuchen. Ja! Morden! Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna-Girl! Ja! Wir haben den Mondbord! Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen! Oh, das ist nicht fair! Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit uns? Ja, wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit! Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay, na gut. Dann spring rauf! Wir retten jetzt Weihnachten! Yeah! Ja! 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 Und nun das letzte Geschenk! Ganz toll! Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko! Danke! Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es! Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück. Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Boah, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich hab kein einziges Geschenk bekommen. Von wegen hast du das? Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay. Ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es! PJ Masks, ruft laut Hurra! Meine Füße ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hey, was passiert hier? Endlich Schneid! Weihnachtsschnee! Kommt deine Flütti mit der Zunge! Äh! Äh! Ja! Ja! Catboy! Et 해야 es? Gecko! Lachen! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß Sie tragen Maske ein, wer sind die Groß? BJ Masks, Pyjama Helden, BJ Masks, Pyjama Helden Verbrechen zu bekrämpfen, Geil du bestern Na, wenn alle im Bett sind BJ Masks, Pyjama Helden, BJ Masks, Pyjama Helden BJ Masks Gecko und die Eisstadt Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer Eissapfen? Das war unglaublich Hier ist rundum alles vereist Alle rutschen und fallen hin Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört es auf Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen Ja! Connor wird zu Gecko und die Höhe! Die Höhe! Die Höhe! Amaya versuch! Gecko und die quoted Acht! Ja! Das Gekko-Mobil kann in allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Gekko-Mobil? Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut. Wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben. Romeo ist verborgen. Oui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne drin. Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett. Aha. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Fugster auftaucht. Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's. Gleich habe ich dich. Jetzt, wenn nur meine schöne Fahrt geht, Romeo, dann schiebe ich mit meinen Supergeko-Muskeln in den Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tank-Dovies hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil. Flatternde Federn. Ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oh, es ist wirklich rutschig. Danke, Gecko. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen. Weil meine Füße richtig gut haben. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem lieben Plan könnten wir... Ich brauche dafür Hilfe, zurück zum Eulenleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko. Ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! War wohl nur der Wind. Hotboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super! Niemand muss ihn, Catboy! Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mietze-Katze! Und jetzt runter von einem Labor schlägt... Catboy, pass auf! Au-au! Es ist k-k-k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulets! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko! Komm zurück! Catboy! Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich! Romeo haut ab! Schnell, haltet ihn auf! Da könnt ihr nicht mithalten, ha? Pyjama-Helden! Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein Super-Eisblock! Wir beide brauchen einen Plan, Gecko! Und zwar schnell! Ich hatte gerade vor dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe! Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow! Einen Flügel! Ach, das ist besser! Okay! Ich binne das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten! Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine! Los, Gecko! Warte! Du versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super-Ollen-Muskeln! Oh nein, ich hab gar keine Superkraft! Gecko, wo bist du? Heul entsteckt in Schwierigkeiten! Verflatternde, verfrostige Federn! Zwei kleine Eisblocken sitzen auf der Seite! Zwei kleinen Eisblocken ist so bitterkult! G-G-Gekko, ich habe einen Plan. Wahnsinn, ich habe einen besseren Plan. Schlitternde Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan gestanden. Und meine eigene Superkräfte benutzt. Höchstzeit, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr hilft, indem ihr so viel wie möglich von Romeo's Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Hä, diese Eisdaten könnten zerstören, meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch ein Eiderlustung. Ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gekko. Mich kriegst du nie. Super Gekko Muskel. Oh. Hab dich, Romeo. Zeit für eure Enteisung, Peter Mesks. Oh ja. Juhu. Gute Arbeit, Gekko. Der Plan war katzenstark. Ja. Es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr brandigen Pültzamer-Held. Ihr müsst mir immer mal entspannt werden. Das nächste Mal, jetzt kriege ich euch. PJ Mesks. Also es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir. PJ Mesks. Es ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Heute ist es nicht so Eis. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel leichter, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Und was? Catboy. Catboy. All net. Gekko. Gekko. Lass geht. Sie ziehen los in der Nacht. Denn das sind sie ganz groß. Sie tragen Maske. Wer sind die bloß? PJ Menks. Pyjamaen. PJ Menks. Pyjamaen. Verbrechen Zu bekämpfen Geht auf das Band Noch wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Verzielfertigungsmaschine Romeo hat eine Verzielfertigungsmaschine Ich benutze meine Super-Tarnung Schleich mich an und schnapp sie mir Dann wirfst du sie mir zu Ich geb sie an Catboy weiter und Ich hab eine bessere Idee Ich schnapp sie mir jetzt gleich Super-Katzen-Tempo Was? Catboy! Na, gefällt's dir da oben mit der Katze? Lass ihn runter, Robo-Tack Super-Gecko-Muskel Ihr seid auf dem falschen Dampfer Wie wär's denn damit? Lass das diesmal alles gemeinsam machen Ich flieg zuerst Gecko weg und dann Warte, die wär's mit einem Super-Katzen-Sprung Super-Gecko-Tarmung Wow, ich zieh mir zurück Warte, was machst du da? Lass das Super-Gecko-Muskel Nein! Das werdet ihr nie noch büßen PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine Im Hauptquartier ein PJ Masks ruft laut Hurra Vorbei ist es jetzt mit dir gefällt Eine Vervielfältigungsmaschine Loszuwerden ist gar nicht so einfach Nicht wahr, mein Roboterfreund? Mwahahahaha Die PJ Masks war mal wieder ganz groß Wie immer Aber es war schon wieder ziemlich knapp Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen Tut mir leid Ich wollte nur, dass wir gewinnen Und wir haben gewonnen, oder? Und, was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball Ah, oder noch besser Wir spielen Fußball Seht euch das mal an Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier Wir sehen mal nach PJ Masks, jetzt nichts will los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Aschwerter zu legen Amaya wird zu Coilet Ja Brake, Biltzu Deku Ja Kona Biltzu Catboy APJ Masks Katzenohren Ich höre Romeo Wie bist du an die Ringen gekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte Hab ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältigste Roboter? Gar keiner, Gekko Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich hab eine Idee Ich flieg runter und nehm sie Romeo weg Dann geb ich sie an dich weiter, Catboy Und du gibst die Gekko Ich zieh das blinkende Ding raus und scheiß es aus Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr Roboter Und dann waren es vier Katzenbrüller Ups Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern Roboter-Armee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch Bis ihr mitmacht Wenn die Roboter das machen Dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super, Eulen Augen Da Nein, gib sie wieder her, du knackende Trottel Der Fallball-Knopf klemmt, er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinem Katzenschnurrhorn Hackball, du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter, schau uns Roboter, holt euch jetzt diese Maschine Sie soll euch verfehlfahren, nicht die PJ Masks Führst mir die Maschine zu, dann ziehe ich das ganz viele Ding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe Ja, ja, ja Ringelndes Reptil Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon Wir werden diese Roboter rollen Das war's, Roboter Nicht so schnell Wir, Schatz, haben deine Kopien ganz eigene Pläne Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen Ich habe eine bessere Idee Ich drehe den hier, bis ihn ganz schwindelig wird Ich werde ihn hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann Das ist ein super Training Tschüss Vorsicht Roboter, mach diese PJ Masks in die Luft Wir müssen diese Maschine zurückholen Kann du jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch Ich habe noch eine Idee Und mit diesen Catboys kann ich schief gehen Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später Schnell! Die Pyjama-Ablage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen Ich baue ein Roboter-Katapult Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern Wartet, stopp! Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme Ich brauche sie Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch Genau wie du Ich kann das noch hinkriegen Ich hole die Maschine Keine Sorge Catboy legt Tatse an und schnappt sich den Vervielfältiger Haber da, schnappt die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört Hey, und du meinen! Passt auf! Ist das schwer! Eine Catboy-Kofi-Meister Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team, schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen Und meine Kopien erst recht Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Halt zu sein! Super Katzentrum! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen Irgendeine Ahnung, Team? Team, ich hab eine tolle Idee Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen Lasst die Catboys los und schnappt sie euch Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstam-Erfindungen Hallo! Hier kommt der Rest Alle auf eure Position Kommt schon, Roboter Was wird ihr Pyjama-Flaggegeister im Schilde? Und jetzt der letzte Super Katzen-Tempo Schnapp dir die Katzen, Roboter! Nein, 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 nein! Hier, runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Geckomuskeln an! Aber wenn nicht das blinkende Ding raus! Hier verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenne ich ein Team! Tu es, Gecko! Super Gecko-System! Ja! Ja! Ich kriege ich schon noch Pyjama-Flaggegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden! Aber mich werden die niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy! Catboy! Allets! Gecko! Los geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske! Wer sind die Go's? PJ Masks mit Jammerhelm! PJ Masks mit Jammerhelm! Verbrechen zu bekämpfen! Geht so feste! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks mit Jammerhelm! PJ Masks mit Jammerhelm! PJ Masks! Ja! Connor ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals! Gekos Spezialstein! Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen! Ja, schon, aber ich hab dort meinen Spezialstein liegen gelassen! Ich war traurig, wenn er weg ist! Keine Sorge, Greg! Ich hab Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn! Da ist er! Ich hab ihn für dieses Foto kurz weggelegt! Und dann hab ich ihn doch vergessen! Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich hab ihn von meinem Onkel bekommen! Das ist ein super-saltender Stein vom Mond! Der ist so cool! Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir! Dann gehen wir ihn doch holen! Wie kommt das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer! Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen! Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen! Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde! Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten wie Lunar Girl! Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wird zu! Eilett! Ja! Greg wird zu! Deku! Ja! Kommt dazu! Pippo-Moi! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir nun eine Girl finden, desto eher habe ich mal Spezialstein wieder! Zum Eulengleiter! Oh, was ist da los, Eulett? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen! Ich fliege uns da lieber raus! Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein! Wir müssen alle Steine finden, Deku! Gib dein Bestes, Eulett! Mach ich! Aber haltet euch fest, denn hier werden gleich viele Federn gerupft! Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben! Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das läuft! Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark! Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will! Eulen Augen! So ist es also! Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen! Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon! Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten! Eulen, Korn, ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen! Super-Eidechsen-Griff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit! Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem super-Eidechsen-Griff! Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen! Na gut, Gecko! Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein! So können wir uns an Luna Girl anschleichen! Luna Girl, du hast etwas aus mir gehört! Hm? Wie ist es, sie kriegen wir Besuch? Mond-Energie! Schnapp dir die Pyjama-Flagel-Geister! Gecko, du hast uns auffliegen lassen! Es tut mir leid! Ich war so wütend, dass Luna bei mir meinen Stein geklaut hat! Gecko, dein Stein ist nur ein Ding! Die Mission ist viel wichtiger! Wir müssen alle Steine wiederfinden, schon vergessen! Und diesen Turbo, wir werden den Magneten stoppen, bevor... Gecko! Ha! Ihr Leuten habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten! Nehmt das! Super Gecko-Tarnung! Gecko, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gecko! 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 Niemals! Er ist wirklich was Besonderes! Ha! Was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben! Bitte! Er stand direkt vom Mond! Vom Mond? Hm... Ich hab eine Idee! Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi! Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein! Danke, Alldecksenfuß! Nein! Warte, das geht nicht! Das ist dumm und sehr gefährlich! Mir doch egal! Ich will meinen Mond haben! Es tut mir leid, Leute! Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen! Es ist mir so rausgerutscht! Ist schon gut, Gecko! Aber jetzt müssen wir sie aufhalten! Ah! Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant! Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen! Keine Sorge! Ich hab einen PJ-Plan! Aber du musst dabei mitmachen, Gecko! Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen! Ich bin dabei, Catboy! Okay! Wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern! Lunagirl, ihren Magneten und ihre Motten! Und so werden wir es machen! Das ist es! Das ist das Allerbeste! Nur für mich allein! Mondenergie! Hol mir den Mond! Ja! Mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören! Nur mir! Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen! Ah! 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 Mein Mondstein! Motten! Schafft mir dieses Federvieh vom Hals! Nicht so schnell, Motten! Ich hab die, Motten! Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl! Schnapp dir den Magneten, Gecko! Mein Stein! Aber Gecko, das ist nur ein Stein! Der Magnet! Hol dir den Magneten! Oh, er ist doch so nah! Komm, Mondbar! Lauf! Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr! Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond! Ich will aber den Ganzen! Ihr habt mir dabei geholfen und das alles nur wegen eines Steins! Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß! Mondenergie, hol den Fuß! Ringelndes Reptil! Es ist wahr! Ich hab die ganze Mission verdorben nur wegen eines Stings! Höchste Zeit, ein Head zu sein! Husch! 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 Huch! Danke, Gecko! Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können! Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen! Ah, hey! Was ist da los? Der Mond Magnet sollte doch am Mond kleben bleiben! Oh, das tut er auch! An meinem Stückchen Mond! An meinem Spezialstein! Großartige Idee, Gecko! Nicht sehr lange, du brüner Gremlin! Euren Flügel weg! Schnell! Während sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder! Super Katzensprung! Ich hab ihn! Aufhören, ihr Stein-Ebel! Nein, die erhören mir! Mir allein! Komm in! Wir haben alle Steine! Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl! Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen! Und ich bin stark genug für das hier! Super, Gecko-Muskel! Und weg mit dir, Luna Girl! Na, das werdet ihr mir wünschen! Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört! Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen! Es war wirklich tapfer von dir, deinen Spezialstein zu opfern! Geht's dir auch gut? Ja! Aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen! Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum! Das machen wir gemeinsam! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können! Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke! Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben! Das ist nur ein Ding! Und Dinge sind nicht so wichtig! Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war! Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten! Vielleicht will ich doch einen neuen! Oder vielleicht nicht! Oder vielleicht doch! Oder vielleicht nicht! Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört! Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amalia wird zu Oilet Greg wird zu Catboy Connor wird zu Catboy Die PJ Masks Hey PJ Robo, coole Moves! Du kannst den Katzenflitzer nicht fahren Das ist schon mein Job Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner Das lernst du noch Cooles Chameleon! Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt Äh, wir haben schon was womit wir kommunizieren Ganz genau Over Ja, aber guter Versuch Weiter so Hey, schau uns! Das ist Nacht-Ninja! Was haben die vor? Finden wir's raus! Zum Katzenflitzer! Äh, PJ Robo? Los, kommt! Wir nehmen den Eulengleiter! Ich kann sie nicht sehen! Kannst du PJ Robo ins Funkgerät holen? Ja, danke! Aber da ist das Norddeutscher Rundfunk Orientieren auf! Runter zur Landung! Haratscha! 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 Wird besser! Konzentration, Angelinos! Hey! Hört auf! Was immer ihr macht! Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger! Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften! Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen! Und ich will... das hier! Levi was? Levitieren! Das bedeutet anheben! Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen! Kakanda Gekku, das sind üble Neuigkeiten! Oh, das ist kinderleicht! Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja! Super Katzen-Tempo! Dumm PJs! Super Einwechslung! Super Einwechslung! Was ist das? Pizza-Rubo! Pizza-Rubo! Au! Wow! Oh! 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 Er bewegt sich wie ein Panther. Schnell, halt seine Schnecke. Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie. Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt. PJ Robo hat angehofen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je. Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mersen zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren und... Er hat auch versucht, den Funkelner zu verbessern. Gar keiner Gecko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber Peter, Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Ja! Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo! Hallo! Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaffe das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Maxx. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gekko. Je stärker ich drücke, desto ruftiger wird es. Nicht aufgeben! Catboy! Gekko! Eilett! Wow! Was ist das für ein Kristall? Ich fühle mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn dir Nachtninja zeigt, wer hier der Wolf ist? Ja! Ich wünsche dir Flint. Oh! Was? Ich habe super Katzenstreifen. Juhu! Was? Ja! Supergeckoschilde! Ich bin unversiegbar! Super ein Federn? Wie cool! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gekko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal kriege ich euch PJ mit. Ja! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gekko. 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 Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wir sind die Lust. PJ Masks mit Jammerhelden. PJ Masks mit Jammerhelden. Ja, lächeln. Zu bekämpfen. Geht auch besser. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks mit Jammerhelden. PJ Masks mit Jammerhelden. PJ Masks mit Jammerhelden. PJ Masks! Habe ich recht? Haha, nicht ganz. Der Mond besteht nicht aus Käse. Bedauere, Cameron. Das ist ein Erntemond. Und den gibt es nur einmal im Jahr. Und wisst ihr was? Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut, könnt ihr den echten Erntemond strahlen sehen. Der Mond ist so cool. Ich liebe ihn. Ja. Wisst ihr, wer ihn noch liebt? Werwölfe? Oder war's der Wolfsmann? Luna Girl. Na klar. Sie wird den Erntemond auf keinen Fall verpassen. Wetten, dass sie heute Nacht nichts Gutes im Sinn hat. Nicht, wenn wir es verhindern. PJ Masks sieht jetzt nichts wie los. Denn die werden Masken, die ist groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf. Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wirkt zu. Eulett. Ja. Greg wirkt zu. Deko. Ja. Hanna wirkt zu. Kettball. hesitate. DJ-Nest. Hä? Oh oh. Was ist los, Kumpel? Lumer-Garl. Ich wusste es. Zum Katzen-Clippern. So sieht also der Erntemond aus. Sekunde mal, das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen, dein Erntemond? Seht euch nur meinen Mondmagneten an, der Erntemond hat ihm eine super Ladung verpasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, möcht diese Stoffen ganz allein mir gehören. Mir? Bis dann, PJ-Plagegeister. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie das schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du, auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja! Ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los, zum Hauptquartier! Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu, wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Luna-Girl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also, PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Hey, hey, hey! Hey, hey! Auf eure Stationen! Oulette, Gecko, alles klar? Klar! Alles klar! Na gut. PJ-Robo in drei, zwei, eins, Start frei! Okay, PJ-Robo beginne mit der Transformation und los! Gecko, alles klar! Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna-Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gecko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist? Das ist ja das Problem. Gut. Gecko, hast du den Kurs eingegeben? Gecko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tod im Fallraumschiff. Ha. Was? Oh nein, vergesst es! Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt! Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna-Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten! Ich sehe sie ja. Aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten! Tut mir leid. Der Letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Robo, ist das Schiff in Ordnung? Keinen Schaden? Wie schlimm ist es? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause. Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Haltet euch fest! Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulett. Schadensmeldung? Endlich! Endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Hey! Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gekko. Aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Lunar Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Naja, nicht wirklich, weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und habe Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermisse mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet habe. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. Viel Glück zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Zeit für Oma auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Oi, lass an, Gekko. Hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen offen, Gekko. Oi, nein. Wer ist sie? Los, hinterher. Ist das meine? Ach, Moment. Habe ich mal weniger gewartet? Endlich! Nicht so schnell, Luna Girl. Super Katzen-Tempo. Wo bist denn jetzt du? Hey! Einzige Wind. Tut mir leid, Peter-Plagegeister. Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde. Und jetzt, entschuldigt mich. Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran. Ha, 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 ha. Hä? Oh, oh. Es heißt nichts Gutes. Wow. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Ha! Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Dad, Bobby? Eulett? Ah! Psst! Gekko, Gekko! Gaston! Oh nein! Gekko! Gekko! Get to the Sh *** Sie ziehen los in der Nacht, denn dort sind sie ganz groß, Sie tragen Maske, wer sind die plus? PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden, Verbrechen, zu bekannten, die Doppelsen. Na, wenn alle im Break sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Das Wettrennen auf den Rätselberg. Kommt schon, die Schriftrolle vom Rätselberg. Sie ist dort drüben. Äh, was ist nochmal eine Schriftrolle? Ein antikes Stück Papier. Die Leute vom Museum haben es vor kurzem im Kellergewölbe entdeckt. Der Legende nach gibt es oben auf dem Rätselberg einen goldenen Ring. Wer immer ihn auch trägt, erhält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit. Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten. Sie ist färb. Seht nur, Seile. Nachtninja. Er will den Berg finden. Und den Ring. Wir müssen ihn aufhalten. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett. Gregg will zu. Geku. Ja. Connor will zu. Catboy. Die PJ Nerds Doch Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen. Gibt es eine Spur, PJ-Robo? Da, Ninja-Linos hinter dem Museum. Er sagt, er will unbedingt mitkommen. Er kann die Schrift entschlüsseln. Hey, das ist keine üble Idee. PJ-Robo, komm mit. Zu den PJ-Gelände-Bikes. Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst. Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne. Richtig. Und das Portal soll angeblich hier sein. Richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es. Seht ihr auch, was ich sehe? Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätselberg? Träumt ruhig weiter. Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninja-Lichkeit. Bis dann. Man sieht sich irgendwann. Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden. Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar. Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale. Aber das hier sieht geschlossen aus. Super gemacht, PJ-Robo. Gut, dass du da bist. Los! Wow! Katzenohr. Ist der kein Fischer in die Richtung? Nein! Folgen wir ihm. Wartet, wenn der Ring aus dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinderspiel. Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninjan. Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Nacht Ninja entkomnt uns. Wir lassen die Gelände-Bikes hier. Gehen wir. Oh, Logen. Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen. Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Wer weiß, was für Kräfte Nacht Ninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat. Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschiss sie! Super-Gaps und Schilde! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an. Wir kommen zurück und holen dich. Höchstwahrscheinlich. Wo sind sie lang? Also dann hinaus. Catboy, warte! Der wutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel. Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören. Habe ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Ja. Danke. Die sind wirklich klebrig. Catboy, Vorsicht! Danke. Gern geschehen. Ich klebe fest. Halt durch, ich komme. PJ Robo, du kommst mit mir. Wir sind direkt hinter euch. Sesam, öffne dich. Ja! Gut, dann mach du dich nützlich. Wow, das ist unglaublich. Der Ring muss hinter den Toren sein. Er darf nicht als erster dort ankommen. Komm schon! Aus dem Weg! Da ist ein Ninja-Ramburg nötig. Jetzt ist Schlussnacht, Ninja. Ich habe die Schriftrolle anständig gestohlen. Wenn der Ring der ultimativen Ninja-Lichkeit da drin ist, gehört er mir. Ninjas übereinander! Oh ja, sehr cool. Wenn man ein Meister-Ninja ist. Und kein blöder Superheld. Wenn jemand den Ring der Ninja-Lichkeit bekommt, dann wir. Er gehört in die Hände eines Helden. Der Ring gehört mir. Super-Katzen-Sprung! Was? Der Ring, er muss da drin sein. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Trockenzungen-Klotscher! Hilf mir! Hilf mir! Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein! Hilfe! Ich komme! Aber ich bin so nah dran! Ich habe dich! Oh, klasse! Was jetzt? Halt dich einfach fest! Catboy? Man, bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Wie wäre es mit Hilfe? Super-Gecko-Muskel! 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 Handschuh! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal Vorsicht, verschwinden wir von hier Los, 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 los Das wirst du nicht tun Du kommst mit uns Katzenstreifen Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister Kommt schon, Ninterlinos Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende Wer weiß, was da oben noch alles ist Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Stelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat Pyjama-Mächte ruft blau und hurra Vorbei ist jetzt mit der Gefahr Catboy Eilets Gecko Los geht's Sie sind los in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Maske Wir sind die Blut PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen Zu bekämpfen Geht auch wessen Na, wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks Osterwölfis Oh Mann Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben Und nicht zur großen Ostereiersuche Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich Okay, Kinder Ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg Schokolade ist was Besonderes Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei Ja! Du schummelst Nein, tue ich nicht Ich suche, ich suche nur den schnellsten Weg von dem Versteck in meinen Bauch Pfortenspuren? Welfi ist auf der Jagd Sie sind hinter meinem Eiher Ich meine hinter allen Eiern PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu Amaya wird zu Eulett Ja! Greg wird zu Geht mal los! Ja! Kommst du zu? Kid Boy! Ich wusste es! Das ist Welfi-Alarm Rip Heuler Und Kevin Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit Wir müssen Schoko-Eier klauen Ja! Lasst uns loschnüffeln! Pfoten weg von unseren Eiern Zum Gekomobil! Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hurra! Ein Schokoladen-Ei! Hurra! Hurra! Wir sind erst mal beschäftigt! Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor den Wölkis! Ja! Turmo-Eier-Suche! Auf die Plätze! Fertig! Juhu! Juhu! Oh nein! Hmm. Aha! Huh? Huh? Ich bekomme einen jenigen Woffen. Archie! Oh! 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 Huia! Elton ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... ...rohe Zwiebel. Hahaha. Felperfager. Catboy wirft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse! Alle gefunden. Jede einzelne. Süße. Äußerst hässliche. Leckerei. Hm. Nur einen kleinen Bissen. Beko! Nicht! Schokoladnager. Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell! Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule. Und bewache sie. Bewachen. Nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Eure Klingelwinde. Eure Wege. Kreis. Eure Wege. Eure Wege. Eure Wege. Schokoladnager. Eure Wege. Eure Wege. Schokoladenwind. ARD Text im Auftrag von Funk Ja? 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 Keine Sorge, Aya. Bleibt einfach wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne leckere, schokoladige, samtige von euch. Ah! Boah! Halt dich zurück, Gekko. Du hast es versprochen. Bewachen! Nicht verschlingen! Warte bis morgen früh! Ah! Uaaaaaah! Oh! Mega eulig! Lecker! Meins, 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 meins! Ha! Schaut ihr Fellgesicht ab! Zwei, vier, sechs, acht hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Huah! Oh! Oh! Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Fellgerne seid drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Das ist falsch! Mission 1 erfüllt. Ah! 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 Nur noch einen Bissen! Ah! Gekko! Du hast es versprochen! Was? Oh nein, Leute! Das tut mir so leid! Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Jackpot! Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party! Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist! PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... Lassen euch nicht ins Haus herein! Dann macht euch jetzt bereit für den Welfi-Rudelangriff! Los geht's gut! Das ist eine Welfi-Rudelangriff! Mir geht's gut. Hurra! Es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir pusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Hab da neulich so ein Buch gegessen. Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ipp 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 Upp Leute! Hä? Juck, juck, juck! Juck, juck, juck! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Juck! Katze und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschallheuler ist zu stark. Ich hab allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Im Ernst, Gekko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtsschleichen. Juhu! Vuouu! Juhu! Juhu! Lingenling! Abendessen! Juck, juck, juck! Juck, 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 juck! Meins, meins! Meins, meins! Meins! Meins, meins! Meins, meins! Meins, meins, meins! Malz! Mir geht's gut. Das nenn ich mal ein Mitternachtssnack. Gecko, du hast's geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist jetzt mit der Gefahr. Kappball. Unnett. Gecko, los geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht zu bestellen. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Halloween-Gaunert ein Zwang. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So, wie es sein soll. Hey, es ist ein Rundgesicht. Los, laden an! Schwinger Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, Pichairobo. Du musst uns helfen. Ich hatte die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Pichairobo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei, kitzeln! Oh, danke, Eulette. Und danke auch an Pichairobo. Ah! Oh, das ist ein Rundgeschehen! Weil als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Käpt'n Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Wow! Käpt'n Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzen! Juhu! Juhu! Die Wölfis! Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, juhu! Los, komm jetzt! Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich hab sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool! Und wo ist es? Ich, ähm, es ist so geheim, dass ich vergessen hab, wo es ist. Komm schon! Bild nach, Kevin! Wisst ihr, ich hab extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Ah! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die Wölfspunfel hierher. Die PJ Masks? Aber die hat mich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht Ihnen wach unter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden Ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Wölfies! Habt ihr was verloren? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super-Kampf-Tempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tarte erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen! Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden! Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du musst dich nicht mehr retten, Gekko! Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun! Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut! Das ist so unfair! So viele Tüten voller Süßigkeiten! Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten! Oder auch nicht! Flatterne Federn! Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen! Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen! Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst erschöpfen! Das sind nur Kostüme! Du bist Captain... Cameron! Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten! Bleib stehen! Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten! Das bringt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Super-Held! Ja! Ich bin Captain Cameron! Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls! Keine Orthogramme! Ich bin auf Mission! Wow! Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht! War viel los heute Nacht? Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verdurften! Wusch! 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 Er ist kein Held! Schnapp die Süßigkeiten! Ich bin wirklich roten! Ich entfache den interplanetarischen Sturm! Jetzt! Oh, ein Flügel-Wicht! Aua! Boah! Hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen! Verschwinden! Wir fahren hier! Los, los, los! Bevor er uns in den Weltraum schießt! Dann muss wohl ein echter Held aushelfen! Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Aua! 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 Hey, los, hinterher! Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar! Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt! Mitsamt den Süßigkeiten! Oh, nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, in den Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation! Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party! Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier! Und dunkel! Und gruselig! Wer war das? Das ist nur dein Echo! Unsere Wolfskräfte werden unter das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer! Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond! Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles! Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere! Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf! Nicht zu fassen, dass Sie das durchziehen können! Was machen Sie jetzt? Wir sind in Unterzahl! Wir haben es geschafft, die Pyjama-Klagegeister im Kreis laufen zu lassen! Und das dank meines brillanten Plans! Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee! Was ist das ums? Und mal einen supergenialen Hotdog-Rein! Oh, Süßigkeiten! Oh, Süßigkeiten! Das reizt sich nicht! Wow, den Ruhm einzustreichen ist Ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit! Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir! Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten! Aber was, wenn wir das gegen Sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen! Das klingt nach einem super Plan! Woila! Ich bin für mich und zwei für jeden von euch! Fair und gerecht! Wo hast du zählen gelernt? Oh man! Lecker! Weder fair noch gerecht! Leute! Das ist ein Geist! So was wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn. Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beutel geklaut und verschweckt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Alldachsen-Bubi. Haltet ihn auf. Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super Katzenstreifen. Was? Super Katzen-Klepp. Kommt, jetzt bekomme ich mehr. Super Dekko-Schild. Kommt schon. Das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Oh, super Eindfeder. Ja. Ihr PJs könnt einem echt den Spaß verderben. Total. Macht Spaß. Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween. Oh. Wir werden es wohl niemals lernen. Hallo. Hallo. Es ist der Weltraum, Junge. Er ist zurück, um uns zu holen. Ich bin Captain Cameron. Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus. Nichts. Nein. Besser die Befehle des Captains. Ich sagte, kommt raus. Wow. Was war ja leicht. Ihr hättet mich sehen sollen. Ich habe sie verjagt. Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron. Das ist super. Gut, dass ein Held zur Stelle war. Oder vielmehr drei. Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee. Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team. Capboy. Oilers. Gekko. Lockes. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wir sind die Groß. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. Mal brechen. Zu bekämpfen. Geht um es wein. Nicht, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks. Eulett und der verschwundene Zug. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Warum bist du denn so aufgeregt, Amaya? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich habe gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell. Das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich stehe auf schnell. So. Wow. Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey. Was? Wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden. Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich habe mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt es zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiter fliegen? Schaut mal. Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg. Gleise, die verschwinden. Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. Peter, merkst jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz froh. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu. Gekos! Ja! Connor wird zu. Catboy! Amor, ja, wirmst du? Eulett! Gekos! Gekos! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiten! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer, ich mach es dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulett, das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Fängt mir dann den Zug, wenn wir denen folgen. Ja, und los, na los! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht ist es... Jungs, vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Äh, okay. Hey! 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 Hm, keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell... Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Umio? Na, hallo! Die Pyjama-Hellen! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen super schnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfallen. Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt! Hä? Aha! Habe ich dich gefunden, Labor! Auf Wiedersehen, Pyjama-Hellen! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher! Alles klar, Eulett! Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapper-Kiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super, euer Knügel! Oh, ich war fast schon voll durch Futter! Danke, Catboy! Oh, keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an ihn ran! So ganz, ganz, ganz sachte! Warum sachte? Lasst uns einfach los! Wow! Eulett! Alles okay! Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer sicher! Entschuldigt, Jungs! Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind! Schon okay! Neue Idee! Wir jagen Romeo gleichzeitig! Er kann uns nicht alle drei aufhalten! Okay, auf drei! Wir springen und rennen! Eins, zwei... Eulett! Nein, warte! Wow! Warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht! Alles nur, weil ich so in Eile war! Eulett! Seht's dir gut? Ja! Tut mir leid! Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt! Und es hat nicht funktioniert! Schon gut! Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren! Jetzt ist erstmal der Hormboot-Arm dran! Super jetzt, du musst es! Dafür habe ich jetzt einen Plan! Und damit er klappt, werde ich diesmal warten! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden! Aber nicht mehr lange! Schnell! Was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer! Und wir werden es gemeinsam tun! Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste! Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers! Verstand, Eulett! Dann bin ich an der Reihe! Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält! Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen! Toller Plan, Eulett! Ich glaube, das klappt! Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt! Blut, PJ Masks! Ups! Nicht vergessen, Eulett! Keine Eile! Du bist dran, Catboy! Ich werde... Ihr wisst schon... Warten! Okay, mein Turboschienenleger! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Superkatzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe! Locker und lässig! Das war Food Island! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekko, los! Blockier den Turboschienenleger! Super, einigen Drift! Halt ihn euch alle an mir fest! Ich schaff das! Super, Gekko, los! Super! Siehst du, Romeo? Wir konnten eben doch dein Labor stoppen! Mein geliebtes Labor! Ja, ja, ja! Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor! Und jetzt bringen wir den Zug zurück! Das wird alle auf Timjana glücklich machen! Nächstes Mal! Will sie dich auf Püsa behalten! Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedankt! Mach dir keinen Kopf, Gekko! Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt in der Gefahr! Kackball! All right! Gekko! Los geht! Sie ziehen los in der Nacht! Der Gart sind die ganz groß! Sie tragen Maske an! Wer sind die los? Und jetzt! PJ Masks ruft mit Jama-Helden! PJ Masks ruft mit Jama-Helden! Verbrechen! Zu bekämpfen! Gero-Bestern! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks ruft mit Jama-Helden! PJ Masks ruft mit Jama-Helden! PJ Masks! Gecko rettet Weihnachten! Oh, Connor! Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit! Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben! Boah! Ich kann das nicht! Ah! Ah! Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten! Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen! Das habe ich noch nie gemacht und ich kriege das auch nicht hin! Wir helfen dir! Na los, versuch's! Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu! Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck! Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein! Wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta! Sogar der Stern ist verschwunden! Es war alles so wunderschön und es war so viel! Das kann doch nicht alles weg sein! Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben! Aber wie kam dieser Jemand da oben ran? Das ist echt hoch! Das werden wir rausfinden! Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe! Peter Misks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Connor wird zu... Cap Boy! Am I a Wilp-Zoo? Ailette! Ja! Great Wilp-Zoo! Beckles! Die PJ Mess Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hoch gekommen Und das müssen wir auch Also los, zum Eulengleiter Ein Augen Schaut, da ist Luna Girl Da kann der Gecko, sie klotzt allen die Geschenke Das darf doch nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspotten haben Luna Girl, gib die Geschenke zurück Sie gehören dir nicht Vergess es, ihr Brabis, das sind meine Weihnachten ist nur für mich, mich, mich Hey, schnappen wir uns ihr Mondwort, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran Gute Idee, Gecko, legen wir los Ich bring sie auf den Boden zurück Ein Flügel Ach Eulet, Vorsicht Schnell Gecko, Flieg das Mondwort von Luna Girl weg Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondboot geflogen. Das kann ich sicher nicht. Auf Wiedersehen, Kostchen. Ich miau mich vom Ocken. Gekko, geht's dir gut? Ja, ich wusste, dass ich das Mondboot nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulett, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's! Komm schon, Luna Girl. Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Schwarzenhirn. Nein, 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 nein. PJ Masks, ich brauch nur ein Gesicht, um sie nach unten zu ziehen. Super, Katzensprung. Hä? Schon wieder die maulende Miete. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Headboy! Matten! Husch, husch! Nein! Ich komme! Gekko, spring aufs Mondboot und bringe es weg von hier. Nochmal geil mit Fliegen? Aber ich kann das nicht. Nur Mut, Gekko, du kannst es bestimmt. Versuch es einfach noch mal. No, schlitternde Schlange. Das ist ja noch schwer als Eislaufen. Ich schaff das niemals. Gekko! Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los! 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 Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören. Nein, du! Flattende Feder! Eulette! Oh, habe ich deine Federchen zerflaggert, Eulette? Entschuldige. Super, Katzen! Sprung! Gekko, Hilfe! Unter von meinem Mondball! Vielleicht, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Oh, Missa! Catboy! Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super, Gelgotanum! Wo ist die einfältige Eidätsche hinverschwunden? Was? Woher kommst du denn? Ah! Hm? Ah! Ah! Hey! Danke! Das ist meiner! Höchste durch, Gekko! Du schaffst es! Ah! Gekko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Oh, wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bin nicht in Sicherheit versprochen! Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen! Wow! Gekko, Achtung! Das ist irgendwie cool! Wow! 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 Aber schwierig! Ich muss drin bleiben! Pass auf, die Wand! Ja! Ringendes Rektil! Wir sind zu hoch! Wow! Keine Panik! Wir stützen sonst ab! Genau! Ganz ruhig! Ja! Ja! Ich bringe es jetzt runter! Langsam! Toll gemacht! Ich wusste, dass du es schaffst! Siehst du? Du musst es jetzt einfach nur versuchen! Ja! Morden! Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna Dörr! Ja! Wir haben den Mondbord! Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen! Oh, das ist nicht fair! Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten! Da feiere ich immer nur mit mir selbst! Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig! Hey! Warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja! Wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen! Hilf doch mit! Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten! Was meinst du? Okay! Na gut! Dann spür rauf! Wir retten jetzt Weihnachten! Yay! Ja! Und nun das letzte Geschenk! Ganz toll! Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko! Danke! Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es! Du hast uns sehr geholfen! Also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück! Okay! Aber nun müsst ihr wohl gehen! Und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich! Keine Bange! Wir sind noch nicht weg! Wir haben noch etwas zu erledigen! Und jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei! Und ich hab kein einziges Geschenk bekommen! Vom Wege hast du das! Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen! Schon okay! Ich auch nicht! Aber wir schaffen das schon! Na los! Versuchen wir es! P.J.M.S. Ruft laut Hurra! Weihnachten ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Ja! Hey! Was passiert hier? Endlich Schneid! Weihnachtsschnee! Komm deine Flucke mit der Zunge! Äh! Äh! Ja! Kappball! All that! Gekko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Moske Wer sind die Dinos? P.J.M.S. und Jammerhelm P.J.M.S. und Jammerhelm Verbrechen zu bekreffen Geh du feste Na wenn alle im Bett sind P.J.M.S. Pyjama-Helden P.J.M.S. Pyjama-Helden P.J.M.S. Gecko und die Eisstadt Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer Das war unglaublich Hier ist rundum alles vereist Alle rutschen und fallen hin Aber nur bis zum Ende der Straße Und dann hört das auf Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus P.J.M.S. Es ist jetzt nichts wie los Denn in der Nacht Sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe Mutiger Helden Macht sich auf Gerissenen Schurken Das Handwerk zu nehmen Ja! Connor wird zu Kikoi! Kikoi! Sucht! Gekko! Die Kuh-Lebnis! Das Gekko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow! Was war das? Eulenaugen! Hm. Seht mal da drüben! Romeo ist hervor! Wui! Das macht richtig Spaß! Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne drin! Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett! Aha! Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Rubser auftaucht. Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich! Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's! Ha 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 ha! Ha! Gleich hab' ich dich! Ohoho! Ohohoho! Ohohoho! Wenn um eine schöne Fahrt geht, Romeo, dann schieb ich mit meinen Supergego-Muskeln in den Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tankdovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil. Flatternde Federn, ich packe nicht durch. Wir müssen landen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Es ist wirklich rutschig. Danke, Gecko. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen. Weil meine Füße richtig gut hat. Warte, Gecko. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem lieben Plan können wir... Ich brauche mit der Förde Hilfe zurück zum Olympleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko. Ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! War wohl nur der Wind. Ha! Hotboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr. Und klettert ihn auf mit seinen Super. Mit seinen Super! Ach, was? Niemand mehr sieht, Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mieze-Katze! Und jetzt runter von meinem Labor schlitten! Catboy, pass auf! Au-au! Es ist k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulets! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko! Komm zurück! Catboy, wie können wir helfen? Sagt euch nicht zu mich! Romeo haut ab! Schnell, haltet ihn auf! Da könnt ihr nicht mithalten, ha? Pyjama-Helden! Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein Super-Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gecko. Und zwar schnell! Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow! Eulensflügel! Das ist besser. Okay. Ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gecko! Warte! Du versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super-Eulen-Must-Gey! Oh nein, ich habe gar keine Superkraft! Gecko! Wo bist du? Eulens steckt in Schwierigkeiten! Oh! Flattende, frostige Federn! Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romyos Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Hä? Diese Eisdaten könnten zerstören, meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in einer Luft suchen. Ha, ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass mini-hörnige Muttersöhnchen es besiegt. Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gekko. Mich kriegst du nie. Super Gekko-Muskel. Oh ja, gute Arbeit, Gekko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh, wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr Pannet, ich will Sama-Held. Ihr müsst mir immer mal entspannt werden. Das nächste Mal, jetzt riege ich euch. PJ Masks. Also es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit dir eine Fahrrad. Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Alles? Catboy. Arlette. Ginko. Ginko. Los geht's. Sie ziehen los in der Nacht. Denn das sind Sie ganz groß. Sie tragen Maske. Wir sind die bloß. PJ Masks. Pujama-Held. PJ Masks. Pujama-Held. Verbrechen. Zu bekämpfen, geht auf den Szenen Nur wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks Catboy mal vier Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Verzillfertigungsmaschine Romeo hat eine Verzillfertigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung, schleich mich an und schnapp sie mir Dann darfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Ich habe eine bessere Idee, ich schnapp sie mir jetzt gleich Super-Katzen-Tempo! Was? Catboy! Na, gefällt es dir da oben, mietige Katze? Lass ihn runter, Robo-Zack! Super-Gecko-Muskel! Ihr seid auf dem falschen Dämpfer Wie wär's denn damit? Lass das diesmal alles gemeinsam machen Ich fliege zuerst Gecko weg und dann... Warte, die wär's mit einem Super-Katzen-Sprung! Super-Gecko-Tarnung! Wow! Geh sie mir zurück! Warte, was machst du da? Lass das! Oh! Es ist krank, ihr kommt losgehen! Nein! Das werdet ihr nie noch büßen! PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist es jetzt mit dir gefällt! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboter-Freund? Die PJ Masks war mal wieder ganz groß! Wie immer! Aber es war schon wieder ziemlich knapp! Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen! Tut mir leid! Ich wollte nur, dass wir gewinnen! Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball... Oder noch besser, wir spielen Fußball! Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen! Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier! Wir sehen mal nach! PJ Masks, jetzt nichts mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerker zu legen! Amaya wird zu! Coilet! Ja! Greg wird zu! Deko! Ja! Kornel dazu! Catboy! Kiki der Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo Wie bist du an ihr hingekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte Hab ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Gar keiner, Gecko Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich hab eine Idee Ich flieg runter und nehm sie Romeo weg Dann geb ich sie an dich weiter, Catboy Und du gibst die Gecko Ich zieh das blinkende Ding raus und schalte es aus Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskel Der Katzenbrüller Der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr, Roboter Und dann waren es wir Katzenbrüller Katzenbrüller Wow Ups Wie nett von euch meine Roboterarmee zu vergrößern Roboterarmee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch Bis ihr mitmacht Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super, Eulen Augen Da Gibt sie wieder her, du Knack an der Schroppel Der Failball-Knopf klemmt, er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinen Katzenschnurrharen Catboy Du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter, schaut Roboter, holt euch jetzt diese Maschine Sie soll euch verfehlfahren Nicht den PJ Masch Fürf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das Genk-Nedding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe Ja, ja, ja Ringelndes Reptiert Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon Wir werden diese Roboter rollen Wihee, wuhu Nein Ja Das war's, Roboter Nicht so schnell Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen Ich habe eine bessere Idee Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird Ich scherbe ihn hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann Das ist ein super Training Tschüss Vorsicht Roboter Mach diese PJ Masks in die Luft Wir müssen diese Maschine zurückholen Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch Ich habe noch eine Idee Und mit diesen Catboys kann ich zischen Mit den Baumstärmen werden wir Romeo einpferchen Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später Schnell Nein Ihr Pyjama-Plagegeister Die Roboter Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen Ich baue ein Roboter-Katapult Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern Wartet, stopp Wir brauchen diese Baumstämme Ich brauche sie Stopp Haltet euch an den Plan, bitte Ziehen wir meinen Plan durch Mein Plan Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht Das ist unfassbar Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch Genau wie du Ich kann es noch hinkriegen Ich hole die Maschine Keine Sorge Catboy legt Katze an und schnappt sich den Vervielfältiger Roboter, schnapp die Plagegeister Du hast meinen Plan zerstört Hey, und du meinen Passt auf Ist das schwer Eine Catboy-Koffee, Meister Das ist eine Katastrophe Wieso hast du mich auf uns gehört? Wir sind ein Team, schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen Und meine Kopien erst recht Entschuldigung Höchste Zeit, ein Halt zu sein Super Katzentempo Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen Irgendeine Ahnung, Team Ich hab eine tolle Idee Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen Lasst die Catboys los und schnett sie euch Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen Hallo! Hallo! Au, 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 au Hier kommt der Rest Alle auf eure Position Kommt schon, Roboter Was wird ihr Pyjama-Ablagegeister im Schilde? Roboter hassen Wasser! Und jetzt der letzte Super-Katzentempo Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, 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 nein! Ah! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an Aber wenn nicht, das klingt in der Ding raus! Hier verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenne ich ein Team! Tu es, Gecko! Super Gecko-Muskel! Ja! 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 Ich kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden! Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Catboy! All that! Gecko! Los geht's! Sie ziehenlos in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Masken Wer sind die groß? PJ Masks mit Summerhem PJ Masks mit Summerhem Verbrechen Zu bekämpfen Gecko-Bestern Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks mit Summerhelden PJ Masks mit Summerhelden PJ Masks! Ja! Connor ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals! Kornack! Kornack! Geckos Spezialstein Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen Ja, schon, aber ich hab dort meinen Spezialstein liegen gelassen Ich war traurig, wenn er weg ist Keine Sorge, Greg Ich hab Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn Da ist er! Ich hab ihn für dieses Foto kurz weggelegt Und dann hab ich ihn dort vergessen Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich hab ihn von meinem Onkel bekommen Das ist ein super seltener Stein vom Mond Der ist so cool Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir Dann gehen wir ihn doch holen Wow, wie kommt das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen Oh mein, das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten wie Lunagirl Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amaya wird zu Oilette Ja! Greg will zu Deckung! Ja! Connor will zu Pet Boy Die PJ Masks Kommt schon! Je eher wir Luna Girl finden, desto eher habe ich mal Spezialstein wieder Zum Eulengleiter! Ja! Ja! Wow, was ist da los, Oilette? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen Ich fliege uns denn lieber raus Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führte er uns zu meinem Spezialstein Wir müssen alle Steine finden, Gekko Gib dein Bestes, Oilette Mach ich, aber haltet euch fest Denn hier werden gleich viele Federn gerupft Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie haben doch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben Ziehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das fällt Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will Euren Augen! So ist es also Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten Euren Korn, ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen! Super Eidechsengriff! Gekko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem Super Eidechsengriff Ich hole mir den Mondmagneten im Fabel fliegen Na gut, Gekko Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein So können wir uns an Luna Girl anschleichen Du hast etwas, was mir gehört Hm? Wie ist es, sie kriegen wir bis hin? Montanergie! Schnapp dir die Pyjama-Plage, Geister! Gecko, du hast uns anfliegen lassen! Es tut mir leid Ich war so wütend, dass Luna bei mir meinen Stein geklaut hat Gecko, dein Stein ist nur ein Ding Die Mission ist viel wichtiger Wir müssen alle Steine wiederfinden Schon vergessen? Und diesen Turbogen werden wir glänisch stuppen bevor Gippe! Ha! Ihr Nulten habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten Nehmt das! Super Gecko, Gernung! Oh! Yay! Hä? Gecko, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gecko! Ha! Ah! Höf ich dich! Ah! Fuck! Weg da! Ha! 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 Gecko, alles in Ordnung? Ja! Ha! Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben Gib mir wenigstens meinen wieder Das ist der Weiße da Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Er ist wirklich was Besonderes Ha! Was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben Bitte! Er stammt direkt vom Mond Vom Mond? Hm Ich hab eine Idee Was? Wie meinst du das? Ganz einfach Katzenklo-Bubi Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein! Danke, Eidechsenfuß! Nein! Warte, das geht nicht! Das ist dumm und sehr gefährlich! Mir doch egal! Ich will meinen Mond haben! Es tut mir leid, Leute Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen Es ist mir so rausgerutscht Ist schon gut, Gekko Aber jetzt müssen wir sie aufhalten Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen Keine Sorge Ich hab einen PJ-Plan Aber du musst dabei mitmachen, Gekko Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen Ich bin dabei, Catboy Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern Lunar Girl, ihren Magneten und ihre Motten Und so werden wir es machen Das ist es! Das ist das Allerbeste! Nur für mich allein! Mondenergie? Hol mir den Mond! Ja! Mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören Nur mir! Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen Mein Mondstein! Motten! Schafft mir dieses Federvieh vom Hals! Nicht so schnell, Motten! Ich hab die Motten! Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl Schnapp dir den Magneten, Gekko! Mein Stein! Aber Gekko, das ist nur ein Stein! Der Magnet! Hol dir den Magneten! Oh, er ist doch so nah! Komm, Mondbart! Lauf! Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond Ich will aber den ganzen Ihr habt mir dabei geholfen Und das alles nur wegen eines Steins Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eiwechsenfusen Mondi, Beggy! Hol den Mond! Ringelndes Reptil! Es ist wahr! Ich hab die ganze Mission verdorben Nur wegen eines Stings! Höchste Zeit, ein Head zu sein! Husch! 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 Huch! Danke, Gekko! Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können! Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen! Ah, hey! Was ist da los? Der Mondmarkt, den sollte doch am Mond kleben bleiben! Oh, das tut er auch! An meinem Stückchen Mond! An meinem Spezialstein! Großartige Idee, Gekko! Nicht sehr lange, du brüner Gremlin! Euren Flügel weg! Schnell! Während sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder! Ja! Super Katzensprung! Ich hab ihn! Aufhören, ihr Stein-Ebe! Huh? 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 Nein! Die gehören mir! Mir allein! Komm in! Wir haben alle Steine! Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mund zu klauen, Luna Girl! Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen! Und ich bin stark genug für das hier! Super-Gekko-Muskel! Und weg mit dir, Luna Girl! Und weg mit dir, Luna Girl! Na, das werden wir gewünschen! Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört! Und ohne diese Steine hat ihr Mond-Magnet nicht mehr die Kraft, ihn noch mal zu bewegen! Es war wirklich tapfer von dir, einen Spezialstein zu opfern! Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen! Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum! Das machen wir gemeinsam! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können! Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke! Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben! Das ist nur ein Ding! Und Dinge sind nicht so wichtig! Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war! Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten! Vielleicht will ich doch einen neuen! Oder vielleicht nicht! Oder vielleicht doch! Oder vielleicht nicht! Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört! Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe! All right! Gecko, los geht's! Sie sehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Moskern, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks, Pyjama Helden! Verbrechen zu bekämpfen! Geht du bestellen! Nicht, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks, Pyjama Helden! PJ Masks! PJ Kraft Paket Wie sie es blit! Blub, ich bin PJ Robo! Piep! Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet! Oh, ich finde ihn auch cool! Er ist unser neuer PJ Masks! Schön, dass er einer von uns ist! Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen! Und er macht eine tolle Roboter-Mondrehung! Fliep! 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 Was? Klebeklatscher! Nachtninja! Das ist nie gut! PJ Masks, jetzt nichts wieder! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerken zu legen. Los geht's! Eilet Ja! Gregg wird zu Catboy Ja! Heuer wird zu Catboy Die PJ Masks Hey PJ Robo, coole Moves. Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren. Das ist schon mein Job. Ja! Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt? Kein Problem, Kleiner. Das lernst du noch. Ja! Cooles Chamäleon. Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt. Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren. Ganz genau. Over. Ja, aber guter Versuch. Weiter so. Hey, schau uns. Das ist Nachdenger. Was haben die vor? Finden wir's raus. Zum Katzenflitzer. Äh, PJ Robo? Los, kommt. Wir nehmen den Eulengleiter. Ich kann sie nicht sehen. Kannst du PJ Robo uns Funkelrät holen? Uh! Ja, ich kann sie nicht. Oh, hier in den Augen! Runter zur Landung! Ihr werdet besser! Konzentration, Injalinos! Hey! Hört auf! Was immer ihr macht! Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja Finger! Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen. Und ich will... das hier! Levi was? Levitieren, das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Gekka, da Gekku, das sind üble Neuigkeiten. Oh, das ist kinderleicht. Deine dummen Ninja Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja. Super-Katzen-Tempo! Oh, PJs! Super-Eindexen-Tempo! Oh, was ist das? PJ-Robo! Oh! Was ist das? PJ-Robo! 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 Er bewegt sich wie ein Panther! Schnell, halt seine... ...Schnecke? Oh! Catboy! Gecko! Was ist hier los? Hehehe! Unglaublich! Die PJs sind kraftlos! Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will! Oh! Wir müssen zurück zum Hauptquartier! Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude! Die ganze Staats! PJ-Robo hat angerufen! Er hat irgendwas am Hofrechner gemacht! Da war so eine Art Kristall! Kristall? Den hab ich noch nie gesehen! Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren! Wegen etwas, das PJ-Robo getan hat? Oh je! Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Merv zu sein! Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein! Es ist abgeschaltet! Die Türen öffnen sich nicht! DJ-Robo! Warte, Catboy! Er hat doch versucht, mich anzurufen! Was er auch getan hat! Er wollte uns nur helfen! Glaubst du? Guck! 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 Er hat immer versucht zu helfen! Wollte den ganzen Platz erfahren und... Er hat auch versucht, meinen Funkeler zu verbessern! Guck! Guck! Es hat nicht geklappt! Wir hätten ihm helfen sollen! Er wollte nur Teil der Mission sein! Aber, Peter, Robo, es ist nicht seine Schuld! Ja! Wir kriegen auch nicht immer alles hin! Nein! Guck! Der Tür! Schnell! PJ-Robo! PJ-Robo? Hallo! Seine Batterie ist fast leer! Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen! Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten! So wie ein echter PJ-Mask! PJ-Robo! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen hab! Okay, keine Sorge! Ich schaff das! Ich schaff's doch nicht! Versuchen wir's zusammen! Wir kriegen das hin! Wir sind immer noch die PJ-Max! Wir alle! Es passiert was! In meinen Armen kribbelt es! In meinen auch, Gekko! Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es! Nicht aufgeben! Ah! 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 Catboy! Gekko! Ah! Gekko! Du hast dich heute bewiesen! Du hast dich heute bewiesen! PJ Masks! Wie wär's, wenn dir Nachtninja zeigt, wer hier der Wolf ist? Gekko! Ah! Oh! work! Ah! Dannen wir den Charaktionen, wie ein Spiel Introduktion. Ah... Ah! Ah! Was? Ich habe Superkatzenstreifen. Juhu! Was? Was? Aha! Supergeckoschilde! Ich bin unbesiegbar! Super-Ellen-Federn? Wie cool! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch! Und das alles dank PJ-Robo! Nächstes Mal kriege ich euch PJ-Metz! Ja! Haha! PJ-Robo vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Gecko! 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 Los in der Nacht! Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske! Wir sind die Lust! PJ-Metz! 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 Bedauere, Cameron. Das ist ein Erntemond. Und den gibt es nur einmal im Jahr. Und wisst ihr was? Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut, könnt ihr den echten Erntemond strahlen sehen. Der Mond ist so cool. Ich liebe ihn. Ja, wisst ihr, wer ihn noch liebt? Werwölfe? Oder war es der Wolfsmann? Lunagirl. Na klar. Sie wird den Erntemond auf keinen Fall verpassen. Wetten, dass sie heute Nacht nichts Gutes im Sinn hat. Nicht, wenn wir es verhindern. PJ Masks sieht jetzt nichts wie los. Denn die Nacht wird groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wirkt zu. Eulett. Greg wirkt zu. Gekko. Ja. Hollande zu. Kettball. Gekko. PJ Masks. Was ist los, Kumpel? Luna Girl. Ich wusste es. Zum Katzenklippchen. Wow. So sieht also der Ernst im Mund aus. Aha. Sekunde mal. Das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen? Dein Erntemond? Seht euch nur meinen Mondmagneten an. Der Erntemond hat ihm eine super Ladung verpasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, wird diese Stoffen ganz allein mir gehören. Mir. Bis dann, PJ-Plagegeister. Die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie das schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja, ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los, zum Hauptquartier. Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu, wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Lunagirl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Auf eure Stationen! Oulette, Gekko, alles klar? Klar! Alles klar! Na gut. PJ-Robo in drei, zwei, eins, Start frei! Okay, PJ-Robo beginne mit der Transformation. Und los! Jetzt, wiederholen wir den Raumschiff-Modus. Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was es für Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist? Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tod im Fallraumschiff. Ha. Was? Oh nein, vergesst es. Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt. Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten. Ich sehe sie ja. Aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten. Tut mir leid. Der Letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Robo, ist das Schiff in Ordnung? Einen Schaden? Wie schlimm ist es? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause. Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Haltet euch fest. Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulett. Schadensmeldung? Endlich. Endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Hey! Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gecko. Aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Lunar Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Naja, nicht wirklich. Weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und habe Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermisse mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet habe. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. Viel Glück zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Aktiviere die Helmkamera. Oi, lass an, Gekko. Hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen offen, Gekko. Oi, nein. Wer ist sie? Los, hinterher. Ist das meine? Ach, Moment, habe ich bei Linkler gewartet? Endlich! Nicht so schnell, Luna Girl. Super Katzen-Tempo. Wo bist denn jetzt los? Hey! Ein Flügel-Wicht! Tut mir leid, Peter-Plagegeister. Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde. Und jetzt? Entschuldigt mich. Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran. Ha, 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 ha! Hä? Oh, oh. Das heißt nichts Gutes. Wow. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Ha! Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Dad, Momi? Eulett? Ah! Pssst! 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 Pst! Pssst! ARD Text im Auftrag von Funk 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 PJ Masks jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Anaya will zu Oi, let's Yeah Greg will zu Geku Yeah Connor will zu Catboy Die PJ Nests Doch Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen Gibt es eine Spur, PJ-Robo? Da, Ninja-Linos hinter dem Museum Er sagt, er will unbedingt mitkommen Er kann die Schrift entschlüsseln Hey, das ist keine üble Idee PJ-Robo, komm mit Zu den PJ-Gelände-Bikes Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne Richtig? Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es Seht ihr auch, was ich sehe? Wow Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätselberg? Träumt ruhig weiter Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninja-Lichkeit Bis dann, man sieht sich irgendwann Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale Aber das hier sieht geschlossen aus Super gemacht, PJ-Robo Gut, dass du da bist Los Wow Katzenohr Ist der kein Fischer in die Richtung? Nein Folgen wir ihm Wartet, wenn der Ring aus dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn Ein Kinderspiel Plan B? Das war Plan B Zurück zu Plan A Folgen wir den Ninja-Lichkeit Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit Wacht Ninja, entkommt uns Wir lassen die Geländebikes hier Gehen wir Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor Wer weiß, was für Kräfte Night Ninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt Und bis dahin, beschießt sie Super-Ges und Schilde Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung Schau mich nicht so an Wir kommen zurück und holen dich Höchstwahrscheinlich Wo sind sie lang? Also dann, los Catboy, warte Wutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören Hab ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Tja, danke Oh, die sind wirklich klebrig Catboy, Vorsicht Danke Dankeschön Ich klebe fest Halt durch, ich komme Bitte, Robo, du kommst mit mir Wir sind direkt hinter euch Sesam, öffne dich Gut, dann machst du dich nützlich Wow, das ist unglaublich Der Ring muss hinter den Toren sein Er darf nicht als erster dort ankommen Komm schon Aus dem Weg Da ist dein Ninja-Rambach nötig Jetzt ist Schluss, Nachtninja Ich hab die Schriftrolle anständig gestohlen Wenn der Ring der ultimativen Ninjalichkeit da drin ist Gehört er mir Ninjas übereinander Cool Oh ja, sehr cool Wenn man ein Meister-Ninja ist Und kein blöder Superheld Wenn jemand den Ring der Ninja-Lichkeit bekommt Dann wir Er gehört in die Hände eines Helden Der Ring gehört mir Super Katzensprung Was? Der Ring, er muss da drin sein Hey, ich hab ihn zuerst gesehen Oh, das sieht nicht gut aus Oh, trockenzungenklatscher Hilf mir Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein Ich komme Aber ich bin so nah dran Ich hab dich Oh, klasse Was jetzt? Halt dich einfach fest? Petboy? Man bin ich froh, euch zu sehen, Leute Wie wär's mit Hilfe? Supergecko-Muskel Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal Doch Vorsicht! Verschwinden wir von hier Los, 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 los! 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 Das wirst du nicht tun, du kommst mit uns. Katzenstreifen. Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten. Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister. Kommt schon, Ninja-Linos. Oh, genial. Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist? Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Schnelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Pyjama-Plagegeister ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Kat-Boll, Eilett, Gekko, los geht! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! Fahrblecheln! Zu bekämpfen! Geht auch wessen! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! Osterwölfis O Mann, ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben. Und nicht zur großen Ostereiersuche. Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte. Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben. Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich. Okay, Kinder, ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche. Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg. Schokolade ist was Besonderes. Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein. Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei. Du schummelst. Nein, tue ich nicht. Ich suche, ich suche nur den schnellsten Weg von dem Versteck in meinem Bauch. Fotenspuren? Welfi ist auf der Jagd. Sie sind hinter meinem Eiherr. Ich meine hinter allen Eiern. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu geben. Amaya wird zu. Oilette! Ja! Greg wird zu. Deko! Ja! Kommt ihr zu? Kid Boy! Ich wusste es! Welfi-Alarm! Rip! Heuler! Und Kevin! Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit! Wir müssen Schoko-Eier klauen! Ja! Lasst uns losschnüffeln! Pfoten weg von unseren Eiern! Zum Dekomobil! Geh! 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 Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor... Oh nein! Geh! 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 Können wir nicht einfach teilen? Äh... Hm... Hm... Durch drei? Ah! Ah! Jetzt her! Ah! Ah! Die sind erstmal beschäftigt! Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor den Welp-Beef! Ja! Turmo-Eier-Suche! Auf die Plätze! Fertig! Oh! Juhu! Los! Hm... Hm... Aha! Hm... Hm... Hä? Hä? Ich bekomme eine City-Port-Beef! Anschein! Ouh... Ouh... Oh! Ohia! Ja, Bonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine ... ... rohe Zwiebel. Hahaha. Fälberfager. Catboy wirft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst hässliche. Leckerei. Hm. Nur einen kleinen Bissen. Becker! Nicht! Schokolade-Eier. Entschuldigt. Ich konnte nicht warten. Schnell! Catboy, wir lenken sie ab. Ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule. Und bewache sie. Bewachen, nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Eier, vieles! Eier, vieles! Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. Also, so ein Wetter gefällt mir. Riesen-Eier. Da! Jipp, jipp! Jau! Juhu! Ich bin's gut. Juhu! Au! Juhu! Keine Sorge, Aya. Bleibt in Sicherheit. Ich passe auf euch auf. Auf jedes einzelne, leckere, schokoladige, samtige von euch. Boah! Halt dich zurück, Gekko. Du hast es versprochen. Bewachen, nicht verschlingen. Warte bis morgen früh. Uah! Oh, mega eilig. Lecker! Meins, 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 meins! Ha! Schaut ihr Fellgesicht ab. Zwei, vier, sechs, acht. Hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Uah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, oh, ah! Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Fellhirne seid drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Ah! Das ist weit! Mission 1 erfüllt. Nur noch einen Bissen. Gekko, du hast es versprochen. Was? Oh nein, Leute, das tut mir so leid. Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Check-Pot. Schokoladen-Check-Pot. Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party. Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist. PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... lassen euch nicht ins Haus herein. Dann macht euch jetzt bereit für den Welfi-Rudelangriff. Und jetzt ist das ein Welfi-Rudelangriff. Hier geht's! Wohoo! Ah, ja! Ah, ja! Ah, ja! Ah, ja! Feuern ist wieder weg! Ah, ja! Ah, ja! Ah, ja! Ah, ja! Mir geht's gut. Ah? Ah! Es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir prusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Habt ihr neulich so ein Buch gegessen? Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert das nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ipp, Ipp, Ipp! Leute! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Ha! 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 Katze und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschallheuler ist zu stark. Ich hab allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Im Ernst, Gekko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch ein Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtsschleichen. Ich hab etwas schری力. Ja! Neul! Sai! Ha! Meins! 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 Mir geht's gut. Das nenne ich mal ein Mitternachtssnack. Gecko, du hast es geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist jetzt mit der Gefahr. Catboy! Allnett! Gecko, los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama-Helm, PJ Masks, Pyjama-Helm. Verbrechen zu bekämpfen, ihr Doppelstand, na wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Halloween-Gaunert, Heilswak. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So wie es sein soll. Hey, es ist eine Schurkenkrieg. Los, leid an! Schringer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, PJ Robo. Du musst uns helfen. Die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei. Kitzeln! Danke, Eulette. Und danke auch an PJ Robo. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir. Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Wow! Captain Cameron! Yeah! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurken nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohr! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, jau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Ich, ähm, es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon, Bild nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... Nein, im Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Ah! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die wollen Sprügel hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht in Wachunter. Ach, jetzt regt ich dich gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Welfies! Habt ihr was verloren? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblings-Leckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Kanzentempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du kannst dich nicht verraten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatterne Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ähm, ähm, äh, du kannst erschöffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain K-K-K-Kammeron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Hör auf zu stammeln. Oh, 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 oh. Bleib stehen. Hä? Fink mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron. Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme, ich bin auf Mission. Wow. Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht? Willen ihr mich jetzt entschuldigt? Ich muss schnell von hier verdurften. Wusch, wusch, wusch. Tschü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü. Ha, ha, ha. Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeiten. Äh, endlich, Martin. Ich entfache den interplanetarischen Sturm. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Jetzt. Ha, ha, ha. Unflügelwind. Ha, ha, ha. Aua. Boah. Hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden. Wir fahren hier. Los, los, los. Bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, woher wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Gehen wir es? Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Hey, los, hinterher. Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt. Mitsamt den Süßigkeiten? Oh nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, in den Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Unsere Wolfskräfte werden unter das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen kann. Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist das mit uns? Und mal einen super genialen Hotdog rein. Oh, Süßigkeiten. Oh, Süßigkeiten. Das reibt sich nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen, ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark. Aber ein kleiner Trick könnte sie auseinander bringen. Das klingt nach einem super Plan. Voilà. Zehn für mich und zwei für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh, Mann. Lecker. Weder fair noch gerecht. Leute, da bleibt es ein Geist. Au. So was wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber, da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn. Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beute geklaut und verschleppt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Alldachsen-Bubi. Haltet ihn auf. Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super-Katzen-Streifen. Was? Super-Katzen-Kampfen. Ach, jetzt bekomme ich mehr. Super-Glikos-Schild. Kommt schon. Das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Ja. Super-Ein-Pedis. Ihr PJs könnt einen echt den Spaß verderben. Total. Macht Spaß. Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween. Oh. Oh. Wir werden es wohl niemals lernen. Hallo. Es ist der Weltraum, Junge. Er ist zurück, um uns zu holen. Ich bin Captain Cameron. Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus. Ja, bevor du messst die Befehle des Käptens. Ich sagte, kommt raus. Wow. Was war ja leicht. Ihr hättet mich sehen sollen. Ich habe sie verjagt. Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron. Oh. 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 Egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren. Nee. Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team. Jetzt ist er heute nach Halloween. Catboy. Oilette. Gekko. 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 Sie ziehen los in der Nacht. Denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske. Wer sind die groß? PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. Kram brechen. Zu bekämpfen. Geht und verspälen. Nicht, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks. Oilette und der verschwundene Zug. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich habe gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell. Das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich stehe auf schnell. So. So. Wow. Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey. Was? Wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Ähm, Herr Meier. Meine Damen und Herren, liebe Kinder. Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden. Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich habe mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt es zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal. Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg. Gleise, die verschwinden? Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu. Gekko! Ja! Connor wird zu. Catboy! Amor, ja, wir haben zu. Eulett! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer! Ich weiß, dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, mal los! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht ist es... Jungs, vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer hinfährt. Los, los, los! Äh, okay. Hey! Hm, keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Ja! 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 Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen super schnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung. Dem Turbo-Schienenleger. Ja, der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfallen. Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt. Aha, habe ich dich gefunden, Labor. Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden. Dieser Zug ist für euch abgefahren. Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufahren, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulett. Romeo, wir kommen. Autopilot. Ist ja Wahnsinn. Und wow, der Zug ist wirklich cool. Ha, ich hab dich fast schon erreicht, hohengezogenes Labor. Ha, diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapper-Kiste. Los geht's, Pyjama-Helden. Lasst uns Romeo aufhalten. Super, euren Flügel. Eulett. Wow, ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Oh, keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, streichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Wow. Eulett. Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer 6. Entschuldigt, Jung. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Eulett. Nein, warte. Wow. Oh, warum, 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 warum habe ich nicht auf Catboy und Gecko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht. Alles nur, weil ich so in Eile war. Eulett! Seht's dir gut? Ja. Tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Hormuz-Arm dran. Super, jetzt du musst gehst. Dafür habe ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja. Ja. Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Für Stand, Eulett. Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir. Und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ Masks! Ups! Nicht vergessen, Eulett. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde... Ihr wisst schon, warte. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Super, Katzen, Sprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war Put-Eulett. Was? Hör auf, du Plagegeist. Zu spät, Robio. Gekko, los, blockier den Turboschienenleger. Ja! 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 Super, einigen Triff. Haltet euch alle an mir fest. Super, einigen Triff. Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf Timjana glücklich machen. Nächstes Mal, wenn sie gegenseitig fühlsamer hält. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedenkt. Mach dir keinen Kopf, Gekko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt der Gefahr. Vorbei ist jetzt der Gefahr. Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an. Wer sind die? Die groß. PJ Masks, Pijama Helden. PJ Masks, Pijama Helden. Verbrechen zu bekrämpfen. Geht so fest. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pijama Helden. PJ Masks, Pijama Helden. Gute Nacht. Gekko rettet Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich kriege das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön. Und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Misks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen. Ja! Connor wird zu. Catboy! Am I a Vilkzu? Am I a Vilkzu? Oilette! Ja! Great, Vilkzu! Eggel! Die PJ Masks! Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen. Und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter! Eulengleiter! Schaut, da ist Lunagirl! Da kann der Geku, sie klotzt allen die Geschenke. Das darf doch nicht wahr sein. Dann wird niemand etwas zum Auspotten haben. Lunagirl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergessen Sie, ihr Brabis. Das sind meine. Weihnachtsmus nur für mich, mich, mich! Hey, schnappen wir uns ihr Mondwort. Dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran. Gute Idee, Gekko. Legen wir los. Ich bringe sie auf den Boden zurück. Eulengleiter! 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 Ach! Machen! Eulengleiter! Vorsicht! Schnell Gekko! Fliegt das Mondwort von Lunagall weg. Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondbot geflogen. Das kann ich sicher nicht. Wiedersehen, Kesschen. Ich miau mich vom Ocker. Gekko, geht's dir gut? Ja. Ich wusste, dass ich das Mondbot nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulett, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's. Komm schon, Luna Girl. Was? Warum willst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Spatzenhirn. Nein, 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 nein. PJ Masks, ich brauch nur ein Gesicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katsensprung. Hä? Schon wieder die maulende Miete. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Oh, hey boy. Martin! Husch, husch. Nein. Ich komme. Gecko, spring aufs Mondwort und bringe es weg von hier. Nochmal geil mit Fliegen. Aber ich kann das nicht. Nur Mut, Gecko. Du kannst es bestimmt. Versuche es einfach nochmal. Oh, schlitterne Schlange. Das ist ja noch schwer als Heißlaufen. Ich schaff das niemals. Gecko. Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los. Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören. Nein, du. Wir haben deine Feder. Eulette. Oh, hab ich deine Federchen zerflaggert, Eulette? Entschuldige. Super, Kat. Sprung. Gecko, Hilfe. Unter von meinem Mondwort. Late, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondwort und Catboy helfen. Noch mal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das hast du. Oh, Mist. Catboy. Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super, Gell-Ko-Tanum. Wo ist die einfältige Eidechse hinverschwunden? Na, woher kommst du denn? Hey, danke. Das ist leider. Rettet euch, Gecko. Du schaffst es. Gecko, ich verliere den Halt. Zieh mich hoch. Aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleitgewicht. Warte, ich bin ich in Sicherheit versprochen. Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen. Gecko, Achtung. Das ist irgendwie cool. Aber schwierig. Ich muss drin bleiben. Pass auf, die Wand. Ringelndes Rektil. Wir sind zu hoch. Keine Panik. Wir stürzen sonst ab. Genau. Ganz ruhig. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du? Du musst es jetzt einfach nur versuchen. Ja. Morden. Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister. Es ist vorbei, Luna Girl. Ja. Wir haben den Mondporn. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Oh, das ist nicht wert. Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit uns? Ja. Wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay, na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Yay! Ja! Oh, das ist ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun das letzte Geschenk Ganz toll! Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko Danke! Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es! Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich Keine Bange, wir sind noch nicht weg! Wir haben noch etwas zu erledigen! Boah, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein! Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei Und ich hab kein einziges Geschenk bekommen Vom Wege, hast du das? Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen Schon okay, ich auch nicht Aber wir schaffen das schon! Na los, versuchen wir es! PJ Masks, ruft laut Hurra! Weihnachten ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Ja! Hey, was passiert hier? Endlich Schneid! Weihnachtsschnee! Kommt deine Flöcke mit der Zunge! Äh! Äh! Catboy! Catboy! All right! Gecko! Los geht! Sie sind los in der Nacht Der da sind die ganz groß Sie tragen maske Wer sind die groß? PJ Masks, jammer hin! PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen Zu bekrämpfen Geht so festen Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks! Gecko und die Eisstadt Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer Eissatzen? Oh! 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 Das war unglaublich! Oh! Hier ist rundum alles vereist! Alle rutschen und fallen hin! Aber nur bis zum Ende der Ströße und dann hört es auf! Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen! Ja! Connor wird zu! Cute Boy! Amaya wird zu! Aulett! YA! тиah asta Crank wird zu! Gekko! Die Kuh-Safe-Mess! Das Gekko-Mobil kann in allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Game mit den Eulengleiter? Wir sehen uns das Ganze von oben an! Guter Einfall, Eulett! Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben Sie recht. Komm schon, Gekko! Zeit für unseren Einsatz! Es ist noch schlimmer geworden! Der halbe Stott ist eingefroren! Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten! Was war das? Eulenaugen! Seht mal da drüben! Romyos Labor! Ui! Das macht richtig Spaß! Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt! Was ist das? Da vorne drin! Das sieht aus wie eine Eismaschine! Verfolge ihn, Eulett! Ja! Ja! Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Rufser auftaucht! Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich! Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten! Weiter geht's! Weiter geht's! Ha 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 ha! Gleich hab ich dich! Jetzt, wenn nur um eine schöne Fahrt geht, Romeo! Dann schieb ich mit meinen Supergego-Muskeln in den Laborschlägen herum! Es geht nicht nur um Spaß haben! Auch wenn es Spaß macht! Während ihr tankt, Dovis, hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft! Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil! Flatternde Federn! Ich pass' nicht durch! Wir müssen landen! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist! Oh, es ist wirklich rutschig! Danke Gecko! Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen! Weil meine Brüße richtig gut haben! Warte Gecko! Ich hab einen Plan, der sicher funktioniert! Aber mit meinem Klebeplan könnten wir- Ich brauche dafür Hilfe. Zurück zum Eulenleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! Wow! War wohl nur der Wind? Hotboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super. Mit seinen Super. Niemand mehr sieht, Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mieze-Katze! Und jetzt runter von meinem Labor schlägt nach oben! Catboy, pass auf! Au-au! Es ist k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulets! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko! Komm zurück! Catboy, wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich! Romeo haut ab! Schnell, haltet ihn auf! Das könnt ihr nicht mithalten, ha? Pyjama-Helden? Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein Super-Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gecko. Und zwar schnell! Ich hatte gerade vor dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow! Einflügel! Das ist besser. Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gecko! Fahrt her! Du versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super-Eulen-Muskeln! Oh nein, ich habe gar keine Superkraft! Gecko! Wo bist du? Eule, es steckt in Schwierigkeiten! Oh! Oh! F-F-F-F-F-F-F-Frostige-Federn! Zwei kleine Eisblocken sitzen auf das Holz! Zwei kleinen Eisblocken ist so bitter kalt! Hahaha! G-G-Gekko, ich habe einen Plan. Wahnsinn, ich habe einen besseren Plan. Schlitterne Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden. Und meine eigene Superkräfte besucht. Höchstwahr, dein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romeo's Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisball, Flipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Hä, diese Eiszappen könnten zerstören, meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in einer Richtung. Ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gekko. Mich kriegst du nie. Super Gekko-Muskel. Oh ja, gute Arbeit, Gekko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr freundlichen Büchsamer-Helden. Ihr müsst mir immer mal entspannt werden. Das nächste Mal, jetzt riege ich euch. PJ Masks. Also es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Das ist ein bisschen Eis. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung. Schleich mich an und schnapp sie mir. Dann darfst du sie mir zu. Ich gebe sie an Catboy weiter und... Ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super-Katzen-Tempo. Was? Catboy! Na, gefällt es dir da oben mit einer Katze? Lass ihn runter, Roboter. Super-Gecko-Muskel. Ihr seid auf dem falschen Dämpfer. Wie wäre es denn damit? Lass das diesmal alles gemeinsam machen. Ich fliege zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wäre es mit einem Super-Katzensprung? Lass ihn runter. Super-Gecko-Tarnung. Warte, was machst du da? Lass das! Oh! Es ist gerade der Kumpen los, Kind! Nein! Das werdet ihr mir noch büsten! PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Wobei es jetzt mit dir gefällt! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden, ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboter-Freund? Die PJ Masks war mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball... Oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Asperger zu legen. Amaya wird zu! Oilette! Ja! Greg wird zu! Deko! Deko! Ja! Keiner dazu! Catboy! DJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo Wie bist du an die Ringe gekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältig der Roboter? Gar keiner, Gecko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich habe eine Idee Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst die Gecko Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskel Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr, Roboter Und dann waren es vier Katzenbrüller Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern Roboter-Armee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern, dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Eulen-Augen Da! Nein! Gib sie wieder her, du Knack-Emmerskroppel! Der Fever-Knopf klemmt, er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinen Katzenschnurren Catboy, du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine! Sie soll euch vervielfahren, nicht die PJ Masks! Führt mir die Maschine zu, dann ziehe ich das denkfene Ding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! Ja! Ringelndes Reptil! Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon Wir werden diese Roboter rollen Juhi! Wuhu! Nein! Ja! Das war's, Roboter! Nicht so schnell Wir, Schatz, haben deine Kopien ganz eigene Pläne Was machen wir da? Ihr müsst sie wegrollen lassen Ich habe eine bessere Idee Ich drehe den hier, bis ihn ganz schwindelig wird Ich scherke ihn hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann Das ist ein super Training Tschüss! Wow! Vorsicht! Roboter! Macht diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen Kann du jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch Ich habe noch eine Idee Und mit diesen Catboys kann nichts schief gehen Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später Schnell! Ihr Pyjama-Plagegeister! Ihr Pyjama-Plagegeister! Die Roboter! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen Ich baue ein Roboter-Katapult Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme Ich brauche sie Stopp! Haltet euch an den Plan! Bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch Genau wie du Ich kann das noch hinkriegen Ich hole die Maschine Keine Sorge Catboy legt Katze an und schnappt sich den Vervielfältiger Roboter! Schnapp die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört Hey! Und du meinen! Passt auf! Ist das schwer! Eine Catboy-Koffee, Meister Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du mich auf uns gehört? Wir sind ein Team! Schon vergessen? Tut mir leid Ich hab's vergessen Und meine Kopien erst recht Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Halt zu sein! Super Katzentempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen Irgendeine Ahnung, Team? Ich hab eine tolle Idee! Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen Lasst die Catboys los und schnappt sie euch Halt ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen Hallo! Au, 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 au! Hier kommt der Rest! Alle auf eure Position! Kommt schon, Romateur! Was wird ihr Pyjama-Ablagegeister im Schilde? Roboter hassen Wasser! Und jetzt der letzte! Super Katzentempo! Schnappt ihr die Katzen, Roboter! Nein, schnitt, nein, nein! Ah! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Gekko-Muskeln an! Aber wenn nicht das blinkende Ding raus, hier verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenne ich ein Team! Tu es, Gekko! Super Gekko-System! Ja! Ja! Ich kriege ich schon noch Pyjama-Ablagegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden! Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy! Oilette! Gecko! Los geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske! Wer sind die groß? PJ Masks mit Jammerhelm! PJ Masks mit Jammerhelm! Verbrechen zu bekämpfen! Gecko-Bestern! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks mit Jammerhelm! PJ Masks mit Jammerhelm! PJ Masks! Ja! Anna ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals! Kornack! Kornack! Geckos Spezialstein Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen! Ja schon, aber ich hab dort meinen Spezialstein liegen gelassen! Ich war traurig, wenn er weg ist! Keine Sorge, Greg! Ich hab Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn! Da ist er! Ich hab ihn für dieses Foto kurz weggelegt! Und dann hab ich ihn dort vergessen! Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich hab ihn von meinem Onkel bekommen! Das ist ein superseitender Stein vom Mond! Der ist so cool! Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir! Dann gehen wir ihn doch holen! Wie kommt das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer! Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen! Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen! Oh mein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde! Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten wie Lunar Girl! Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya will zu! Amaya will zu! Eilett! Ja! Greg will zu! Deku! Ja! Connor will zu! Pet Boy! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir nun eine Girl finden, desto eher habe ich mal Spezialstein wieder! Zum Eulengleiter! Was ist da los, Eulett? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen! Ich fliege uns denn lieber raus! Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein! Wir müssen alle Steine finden, Deku! Gib dein bestes Eulett! Mach ich! Aber haltet euch fest! Denn hier werden gleich viele Federn gerupft! Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zu holen was so schweres hochgehoben! Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das fliegt! Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark! Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will! In Eulenauben! So ist es also! Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen! Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon! Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten! Eulengleiter ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen! Super Eilexengriff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit! Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem super Eilexengriff! Ich hol mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen! Na gut, Gecko! Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein! So können wir uns an Luna Girl anschleichen! Luna Girl! Du hast etwas aus mir gehört! Wie es aussehen, kriegen wir Besuch! Mond Energie! Schnapp dir die Pyjama-Flage-Geister! Gecko! Du hast uns anfliegen lassen! Es tut mir leid! Ich war so wütend, dass Luna bei mir meinen Stein geklaut hat! Gecko, dein Stein ist nur ein Ding! Die Mission ist viel wichtiger! Wir müssen alle Steine wiederfinden! Schon vergessen? Und diesen Turbo-Greiber Magneten stupfen bevor... Gippe! Ha! Ihr Nulten habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten! Nehmt das! Super Gecko-Tarnung! Oh! Yay! Gecko! Wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gecko! Ah, richtig! Ah, Mann! Weg da! Beko, alles in Ordnung? Ja. Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben. Gib mir wenigstens meinen wieder. Das ist der Weiße da. Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will, Niemals! Das ist wirklich was Besonderes. Ha, was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben. Bitte, er stammt direkt vom Mond. Vom Mond? Hm, ich hab eine Idee. Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi. Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein. Danke, Eidechsenfuß. Nein, warte, das geht nicht. Das ist dumm. Und sehr gefährlich. Mir doch egal. Ich will meinen Mond haben. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen. Es ist mir so rausgerutscht. Ist schon gut, Gekko. Aber jetzt müssen wir sie aufhalten. Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant. Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen. Keine Sorge, ich hab einen PJ-Plan. Aber du musst dabei mitmachen, Gekko. Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen. Ich bin dabei, Catboy. Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern. Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten. Und so werden wir es machen. Das ist es. Das ist das Allerbeste. Nur für mich allein. Mondenergie? Hol mir den Mond. Ja. Mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören. Nur mir. Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen. Mein Mondstein. Motten? Schafft mir dieses Federvieh vom Hals. Nicht so schnell, Motten. Ich hab die, Motten. Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl. Schnapp dir den Magneten, Gekko. Mein Stein. Aber Gekko, das ist nur ein Stein. Der Magnet. Hol dir den Magneten. Oh, er ist doch so nah. Komm, Mondbart, los. Oh. 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 Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr. Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond. Ich will aber den ganzen. Ihr habt mir dabei geholfen. Und das alles nur wegen eines Steins. Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfusen. Moe, Deggie. Hol den Moe. Ringelndes Reptil. Es ist wahr. Ich hab die ganze Mission verdorben. Nur wegen eines Stings. Höchste Zeit, ein Head zu sein. Husch. 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 Huch. Danke, Gekko. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen. Huchwerfen. Huch. Huch. Ah. Hey. Was ist da los? Der Mondmarkt, den sollte doch am Mond kleben bleiben. Oh, das tut er auch. An meinem Stückchen Mond. An meinem Spezialstein. Großartige Idee, Gekko. Nicht sehr lange, du brüner Gremlin. Euren Flügel weg. Schnell. Während sie beschäftigt ist, holen wir uns die andere Magnetsteine wieder. Ja. Ah, super Katzen. Ich hab ihn. Aufhören, ihr Steinkiebe. Hä? Nein, die gehören mir. Mir allein. Komm in. Wir haben alle Steine. Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl. Ha. Aber noch stark genug, um das hier zu machen. Und ich bin stark genug für das hier. Super, Gekko-Ruskel. Ah. Und weg mit dir, Luna Girl. Ah, das werdet ihr gewünschen. Gut. Der Mond bleibt dort, wo er hingehört. Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen. Es war wirklich tapfer von dir, dann einen Spezialstein zu opfern. Geht's dir auch gut? Ja. Aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen. Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum. Das machen wir gemeinsam. DJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können. Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke. Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben. Das ist nur ein Ding. Und Dinge sind nicht so wichtig. Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war. Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten. Vielleicht will ich doch einen neuen. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört. Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe. Ja, sonst bekämen wir nicht. Zu bekämpfen. Geht so fest. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! PJ Kraft Paket. Wie sie spät. Blum, ich bin PJ Robo. Piep. Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet. Oh, ich finde ihn auch cool. Er ist unser neuer PJ Masks. Toll, dass er einer von uns ist. Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen. Und er macht eine tolle Roboter-Monddrehung. Fliep. Blup. Blup. Was? Klebeklatscher. Nachtninja. Das ist nie gut. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Oilett. Ja. Rekke wird zu. Kettball. Ja. Kahne wird zu. Kettball. Die PJ Masks! Hey, PJ Robo! Coole Moves! Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren. Das ist schon mein Job. Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner. Das lernst du noch. Cooles Chamäleon. Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt. Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren. Ganz genau. Over. Ja, aber guter Versuch. Weiter so. Hey, schau uns, da ist Nachtmenger. Was haben die vor? Finden wir's raus. Zum Katzenflitzer. Äh, PJ Robo? Los, kommt. Wir nehmen den Eulengleiter. Ich kann sie nicht sehen. Kannst du PJ Robo ins Funkgerät holen? Wir sehen uns bei den Eulengen. Oh, hier in den Augen! Runter zur Landung! Haratscha! 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 Ihr werdet besser. Konzentration, Injalinos. Hey! Hört auf! Was immer ihr macht. Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger. Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen. Welches wir wollen. Und ich will... das hier. Levi was? Levitieren. Das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Gekker, der Gekku. Das sind üble Neuigkeiten. Ach, das ist kinderleicht. Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja. Super Katzen-Tempo! So, PJs! Super Einwächsende! Himmel! Was ist das? Pizza Robo! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Er bewegt sich wie ein Panther. Schnell, halt seine... Schnecke? Catboy, Gekko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hofrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren, wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je, vielleicht ist der Dörf noch nicht bereit, der PJ Merv zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren und... Er hat auch versucht, meinen Funkelner zu verbessern. Gar keiner, Gekko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber, Peter, Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Nein! Die Tür, schnell! PJ Robo! Hallo! Seine Batterie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaff das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gekko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nicht aufgeben! Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Catboy! Catboy! Deco! Eilett! Wow! Was ist das für ein Kristall? Ich fühl mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. Wie wär's, wenn wir Nachtninja zeigen, wer hier der Wolf ist? Ja! Was? Ich habe Superkatzenstreifen! Juhu! Was? Aha! Supergeckoschilde! Ich bin unbesiegbar! Supergeckoschilde! Ich bin unbesiegbar! Supergeckoschilde! Wie cool! Ah! 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 Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko! Und sie sind fantastisch! Und das alles dank PJ Robo! Nächstes Mal kriege ich euch PJ Metz! Ja! Haha! PJ Robo! Vorbei ist jetzt mit der Gecko! 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 Ja! Sie ziehen los in der Nacht! Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske! Wir sind die Blus! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! Kein Lächeln! Zu bekämpfen! Geht doch besser! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks! 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 Jungs! PJ Masks! 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 Ja! DJ Best! Oh? Was ist los, Kumpel? Luna Girl! Ich wusste es! Zum Katzenklippte! Wow! So sieht also der Erntemond aus! Sekunde mal! Das ist allein mein Erntemond! Was soll das heißen? Dein Erntemond? Seht euch nur meinen Mondmagneten an! Der Erntemond hat ihm ne Superladung verfasst! Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen! Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten! Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall! Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an! Ja, klar! Was? Ihr glaubt mir wohl nicht! Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, bleibt diese Schloppen ganz allein mir gehören! Mir? Bis dann, PJ-Plagegeister! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Die tut doch nur so! Oder nicht? Ich weiß es nicht! Hat einer von euch sie da schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren! Am besten wir folgen ihr! Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl! Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus! Ja! Ich wollte schon immer mal ins Weltall! Los, zum Hauptquartier! Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu! Wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Luna-Girl in die Hände fällt! 30 Sekunden bis zum Start! Also PJ-Robo! Du weißt, was zu tun ist! Ich will! Ich weiß! Auf eure Stationen! Eure Stationen! Eulette? Gekko? Alles klar? Klar! Alles klar! Na gut! PJ-Robo! In 3, 2, 1, Start frei! Okay! PJ-Robo! Beginne mit der Transformation! Und los! Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt, der Mond Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück Das können wir nicht riskieren, Gekko Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig Das wird klasse, wer weiß, was da draußen ist Das ist ja das Problem Gut, Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Hä? Oh, ja Kurs eingegeben Wir sind bereit Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten Nicht mal die PJ Masks Oh, da ist ein tot im Fallraumschiff Was? Oh nein, vergesst es! Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben Was soll das heißen? Da nähert sich was Luna Girl versucht uns vom Kurs abzubringen Wir müssen diesen Kugeln ausweiten Eulett, das ist dein Ding Mit Vergnügen, festhalten! Ich sehe sie ja Aber sie sind einfach zu schnell Festhalten! Tut mir leid Der letzten konnte ich nicht ausweichen Ist nicht deine Schuld PJ Rubo Ist das Schiff in Ordnung? Keinen Schaden? Wie schlimm ist es? Ich meine Wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause Jungs, ich muss das Raumschiff landen Haltet euch fest! Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig Das wäre geschafft Gute Landung, Eulett Schadensmeldung? Endlich! Endlich bin ich angekommen Also Wo ist dieser Mondkristall? Hey! Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus Los, folgen wir ihr Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben Und PJ Rubo bei der Reparatur helfen Danke, Gekko Aber es ist besser, wenn wir alle gehen Wir wissen nicht, was Luna Girl dieses Mal vorhat Alles okay? Naja, nicht wirklich Weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg Und hab Angst, dass wir hier festsitzen Ich vermiss mein Zuhause Kann ich gut verstehen Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet hab War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein Ich sag dir was Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff Während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee Okay Du hast jetzt das Kommando Viel Glück Zu den PJ Gelände Bikes Viel Glück, Leute Ich bin hier, wenn ihr mich braucht Aktiviere PJ Gelände Bikes Zoll für Oma auf Helmkommunikation Aktiviere die Helmkamera Oilette, ein Gekko Hörst du mich? Ich hör dich Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht Cool Halt für uns die Augen offen, Gekko Oilette Da ist sie Los, hinterher Ist das meine? Ach, Moment, hab ich bei Winkler gewartet Endlich Nicht so schnell, Luna Girl Super Katzen-Tempo Wo bist denn jetzt los? Hey Einziger Wind Tut mir leid, Peter-Plagegeister Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde Und jetzt? Entschuldigt mich Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran Das heißt nichts Gutes Mal sehen, was der Kristall noch so kann Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Tateboy? Oilette? Pssst 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 Pssst